Fünf Minuten habe ich meine fünf Minuten noch. Nee, nix fünf Minuten. Immer dieses Scheppern. Mach den Mockri aus. Nimm Mockri, Mocki. Nee, der hat mir nur grad gesagt, dass das Sebi auch... Also wenn Sebi nachher klar ist, schnipp, schnapp, Köpfe ab. Aber ich hab jetzt... Ich seh schon. Wer streams schneit, wird kastriert. Ich steff doch so als erstes. Was ist das passiert, Sebi? Ich tue doch nicht streams schneit. Achso, gut. Jason anpassen. Kopf zerquetschen. So, jetzt mal bei Jason verkaufen. Mein noch Porto Togo. Endlich auf Netflix. Der ist doch schon lange drin. Na, jetzt steht's ja mit den Nachrichten. Oh, ich hab ja 5.000 AP. Da kann ich ja ein bisschen gucken. Ich hatte irgendwas mit 8 oder 9.000. Nee, dein Mockri hat ja nicht zu kaufen. Ach, der ist noch gesperrt. Jetzt auch noch gesperrt. Dosenöffner. Das ist doch nicht ganz. Das müsste mit Dosenöffner. So heißt die Mockri. Deine Dosenöffner. Ja, dein Döchchen. Ja, dein Döchchen will so öffnen. Ja, dein Döchchen. Ja, dein Döchchen will so öffnen. Was wollen wir denn hier ergreifen und töten? Vollkörperangriff. Ja, du kannst es so sehen. Ich hab' den Kopf zerquetschen. Was ist das denn? Rugby-Spieler Jason benutzt seine Hockeymaske, um dem Jugendleiter den Schädel einzuschlagen. Jason packt armes Jugendleiter und reißt sie mit einem Ruck ab. Ja, aber komm, was du auch an Stufe mit dazu brauchst. Stufe 108. freistoß ist geil so stimmt 218 ist freistoß 125 unterkiefer herausreißen da steht aber nichts bei kann man also kaufen 2500 punkte sind nur also jason mäßig habe ich so gut wie alle schon gekauft bis auf die die leute bedingt sind habe ich denn jetzt kopfzer quetschen so auch bei der jugend glaube der glück aus verbessern ich überhaupt eiskalt ist weniger angst wenn die leiche eines mitspieler sie ist schmier mag es sei zum anlassen neu starten von autos verringert habe ich gestern irgendwie nix von gemerkt und gibt es denn hier noch was habe ich denn überhaupt noch doch von den dämmen auf die nagelswunschuss wird erhöht also die angst ölvorteil kaufen möchtest du den leichten fußvorteil ach du kannst dir sogar die dinger wird zurückverkaufen ja was die pürs für die jugendlater jahr hm wüsste ich gar nicht jetzt mich mal gefragt jetzt weiß ich nicht ja ich hätte nur fragen müssen ja ich lasse halt erstmal alles so ich starte ja immer vorsicht vorschrift mäßig mit silvester knallern baseball schläger und noch wurde der karte habe ja auch drin das gut baseball schläger kann ich dir auch nur empfehlen baseball schläger ich was gar nicht ob ich da traf knüppel aus dem sack leichtes fußes weniger räuche beim springen erzeugen es gibt sowas wurde die bunden die bullen rufs dass die europa sind hier habe ich drin der sehr erhöht nachkampf angriffsschaden bei einem nutzen einer achse sagt was du meinst ist mein papa ist polizist die 3 14 prozent polizei trifft schneller ein 4 prozent fahrzeuggeschwindigkeit verringert geht aber noch alles was ich ja mit der stufen her schlechter habe kann ich ja verkaufen ja also was doppelt hast und schlechter hast verkaufen das ist das denn bleibt es erhöht die höchstgeschwindigkeit des autos wenn du am lenkrad sitzt oder in deinen worten du brauchst schon einen unfall der wettbewerb genau ja manche von der bingende tot und sie nun ja ich bin neunmal kubartig schläger an alle soweit schlussendienst da war die vierte Köln die mit dem Wegbeschläger in der hand da also da mach mal ruhig er wollte bis der monster und jäger ganz aussuchen ja weil es auch schon lange nicht mehr vernünftig ist wenn man das rausgenommen hat von Lobby die Euro die Achtung wird sagen hat Sprechmann hat es nicht nur die zwei dann würde ich mal sagen froh sterben also an ihm 10 Jahr wie eine Arbeit ein Rhein Reins Ob Luca Reins 75 hat nur einen Ping, ey! Ja, der pingt dir gleich einer! Ding! Mach immer ne Runde, komm schon! Bede, bede, bede! Mach schon dich! Lass mich keller rein! Oh, jetzt ist ja random! Also, der immer ganz oben steht, der ist der Killer dann? Ah, okay! Das ist auch so ein bisschen leicht gut hinterlegt. Später war zugepatcht, was du zählen konntest. Also, es hat schon lauf! Ja, Mama hat mir davor, so auf dich schon mal ein Päckling ist, nicht? Warte, ich muss eh ein Trinkpäckchen machen! Ich kann mich grad nicht bewegen! Jetzt weißt du, ist mir schnell! Boah, geh da rein! Hier! Jetzt ab'n Bett! Ab jetzt! Ab jetzt! Timmy, ist nicht dein Platz und jetzt ab'n Bett! Prizzi, nicht so aggressiv, ey! Das geht gar nicht! Wie kannst du nur... Reicht, wenn du im Spiel aggressiv bist! Oh Gott, er ist so! Aggressiv sterben! Ich will nicht sterben! Aggressiv! Ganz aggressiv den Killer vor die Füße scheißen! Schmach mal zu, ne? Ich hab' Autoschlüssel! Ich hab' Autoschlüssel! Echt schon? Ja! Und hier fehlt die Batterie oder was da auch ist! Batterie? Entweder Polizei oder Tommy rufen! Ach, du meinst das... Die Bullen-Auto! Ich weiß nicht! Ist nur so'n... Symbol von so'ner Art Batterie oder was anderes! Ach ja! Das ist die Sicherung, damit du die Bullen-Polizei rufen kannst! Genau! Genau die... Ich hab' so nicht gepasst ihn noch! Hab' er reinkommt! Na ja, nicht wieder rein! Was willst du denn da drinnen? Drinnen stammen die meisten Leute! Ja! Ja! Chrissi! Jason ist hier! Ich sterbe! Ich werd' so sterben! Ne, der Random ist unten noch mit ihm dran! Aua! Ich versteck' mich mal im Schrank! Als ob der jetzt mir hinterher rennt! Komm, verpiss dich! Lass mich in Ruhe! Ja, abstreifen! Komm, rein da! Die Tür zu! Und abschließen! Ja! Ja! Ja, jetzt kann's wieder ruhiger! Ich hab' dreimal Silvester knabber! Ja! Ja, Jason versucht bei mir grad so ein Haus zu kommen! Was ist denn? Ach, das ist die Falle! Mach' mich nicht an! Und Jason ist hinter mir! Geiler! Geiler Scheiß! Ah, okay! Dann kann ich hier jetzt in weiter Ruhe gucken! Der will dich! Ich will ihn aber nicht! Was? Das zählt doch! Ne, ob du den nehmen möchtest! Dann für dich! Das zählt doch! Das reicht doch schon, oder? Nein, nein, das zählt nicht! Das geht nicht! Da ist nix! Wie ging das denn nochmal? Ja! Aber f*** ich! Ist er noch bei Thirsti? Ja! Der ist hart bei mir! Der haut mich hier zu Tode! Ja! Ich bin tot! Der hat mich kaputt gehauen! Anstatt mich zu packen! Was heißt denn? Der hat mir gar keine Chance gelassen! Ich bin tot! Bei mir liegen die Autoslüsse! Und Heilspray! Das versteht doch! Ist ja mal wieder gegangen! Huuuuhm! Oh, Base system! Ich guck dir mal nochmal mit! Das kann eigentlich alles tun! Oh, oh! Ich kenne اب du Streamsnipern! Ja, ich hab's gelaufen! Ja! aber ich bin grad er auf das spiel selber konzentrieren als bei dir zu gucken jetzt als ob du da immer noch brauchst jetzt vielleicht doch noch umrennen soll jetzt versprochen ja dann hätte er vielleicht ist sie genannt wo steht blue das weiß ich nicht was hast du denn noch was für ein auto stellt am gelben haus ich glaube das blaue war das ja das blaue war das hoffen wir mal und hoffen wir mal dass er da nicht ist ich habe spritt 15 10 noch jetzt bei mir als er mit gepostet was klar ist er wohl alle ist aber kommen auch die kamer aufbundern ich hatte das ok wird noch die batterie alles klar jason so will ich hier oh ja du solltest er steht hinter dir lauf 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 bleibst du da bleib dich stehen lauf doch mensch vor allen dingen haut nur drauf was ist das für ein noch du zuckst noch ich suche doch hat sie gerade breite beine gemacht 13 40 das kann ja gar nicht mehr auf die karte gucken oder auch die schlüssel ist ich habe schon also ich finde irgendwie keine passen mehr vor ort ich bin noch diese scheiße beste knaller leute wird batterie gebraucht alles klar der hat sie jetzt auf mich abgesehen die ausdauer ist jetzt weg macht ich bin war natürlich gesegnet der glatt erden und sich auf mann m er macht mich auch nicht da wird und von ihm Was? Hör sie, wie du bist, Tommy? Ja! Ich bin der Tommy! Kann doch nicht sein, dass sie noch keine Batterie gefunden haben, wenn sie alle der Tommy sind. So, sohn, die hat die Häusche ab, oder? Warte denn, war der denn schon ganz... O-O-O-O-O-O-O-O? Fick dich, Junge! Da rennt's wehen und her wie die Bekloppten. Seh, wir halten weiter so auf 11 Minuten. Wenn ich langsam laufe, sieht er da auch, oder nicht? Geduldigung. Muss man schon geduldt gehen, ne? Ja. Ah, Tommy. Komm ich gleich gleich ganz schneller. Besonders nicht. Zweifel haben sie die Batterie eingebaut. Zweifel aber, oh. Geh mir nicht. Mal falsich delekt an der Falle hin, ne? Wo überall? Ja, gucken wir mal hier, ob wir die Batterie finden. Ich kann noch mal Tremys Haus kontrollieren. Vielleicht schon, die hat dort irgendwann liegen lassen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auf der Karte. Oben, rechts, in die Stadt und Haus. Ach, das ist oben rechts. Ja, da in dem Haus bin ich gerade. Unten die drei Häuser brauchst du nicht, die habe ich kontrolliert. Alles nix. Ich habe noch extra gesagt. Oh, wer schreibt denn hier? Der Sebi. Wie hat der mich denn jetzt gekillt? Der hat einfach nur drauf gehauen. Ah, Pisser. Ja, ist so. Man muss auf jeden Fall schon mal nichts. Gehen wir mal an der Linken. Also die drei Rends hocken gerade alle in einem Haus. D. Ewo Eke hat, äh, Batterie. Mit y lannya nahe, da auch noch in den gelben Autof. Die sind alle angeschlagen. Was macht der закон? Ich habe gerade gesehen. Ah, nix. Ah, d'ich ein Auto. Oh, das hänzt du denn hier rum? die Schleiche extra über mir vorbei da wird man mir vorbeigeht wird er hat noch für den wir sind die Rennen auch naja ich hab nöt Nürnberg sei er ja weil die ein Tussier gerannt ist wir können schon mal nur uns zu holen versteckte ich im Busch er hat sich gesehen wie er nicht gesehen ja der ist hinter dir oder versteckte ich da die Ränder auf die Bekloppt wie ich die Gegend siehst mich nicht ich bin ein Busch in einem Fels was auch immer Buschmann eine rennt da bis ganz oben hin ok es hat sich beruhigt hier die Lade ich sehe gleich so vor dir 825 aushalten das ist auch schon tot klar da hat er in Erricht und der eine liegt unter Bett ja warte mal war ich nicht nirgendwo schon nö den noch nicht random hat Schlüssel wieso wenn du bist das ist mal da ich nicht auf den Namen geachtet hab war ich doch schon gleich wird Bett gekillt ja auch da oben jetzt auch noch oder wir kriegen das Benzin ins gelbe Auto dass wir zwei wenigstens abholen können genau und der nächste ist tot also will ich immer noch nicht mehr da bin ich nicht mehr ne sind hier seit nur 3 hä so geht der wenn ich auch ob Lokal ist gleich auch hinüber ja der ist dann hier irgendwo oh irgendwo hm hm ja noch hier am rumrennen ey wie war aufhören hier rumzurennen oh gott er kommt kann ich unter das Bett kann ich unter das Bett unter das Bett ja du musst aber nicht erzählen da bist du da musst du ein alter Mann halten nach sich gehört und dann braucht ihr nur einmal draufhauen und dann bist du incident tot ja ja das ist ein Rage-Modus kann die mal aufhören hier rumzurennen die blöde Kuh oh ernsthaft zu weitem Arsch oh stopp oh fuck na toll wegen der blöden Kuh renn renn einfach lass den renn einfach weg du hast die besten Stadts von allen als Tommy nix und dann nix 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 blöd man was ich hab den voll getroffen und das zählt nicht? ernsthaft der stippen ja jetzt mich wollen die mich gerade verauchen ich hab den voll abgetroffen und da fällt ein das ist eine Frage oh es rennt die schon wieder ja ey kann die machen ja gar nicht überrasen ja schon in Deutsch ja weil die blöde Kuh da auch gerannt ist 5 Minuten durchhalten nächste wird das schlägt nur zu dein Idiot naja der weiß wie gut ich bin Micha ist gerade auch lange und komm oh mack boah ich seh nix der hängt ja so auf dich ja du bist tot der schlägt auch nur zu ja sag ich doch ich hab auch nix mehr gesehen durch das ganze da grussel da die bimsel du gestorben alter aber so voll gestorben mein weiß wie jason Mami ist stolz auf dich ja ich hab meine Mutti aber trotzdem 1.000 1.440 1.600 1.600 1.400 1.400 ich war ja auch der erste der gestorben ist weil der wixer mich kaputt gehundert norm und ich habe ja immer nur entdeckt man die ganzen wenn es bei mir war vom rumrennen waren der mese die bär von anfang an schon hin lässt du ein wen ich bin was was meinst du mich auch erst einladen mich einladen oder was denke ich mal einmal komplett auch TS das hört sich bei dir immer so pervers an Suchthälze wer wo kommt zu wo ihr das spiel lädt noch das lädt noch runter ich habe es gerade erst angefangen warum weil ich noch meine folge weiter angucken wollte weil es gerade lustig war also das kannst du auch während des runterladens nein weil ich es auf den fern angeguckt habe ja und hä runterladen ruhe modus und da wäre sofort dann fertig ja 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 dann ja ja schon ich werde mich in 15 minuten immer wieder okay Möbel Autor Christen machte mich über den Ruhemodus wachsen mehrere Schlauer mal herunterladen ist ja ein aber das kopieren hat andere das ist der grund warum ich schlafen kannst du tritt so viel ab das ist heute mein erster heute voll krass es da weißt du krass voll konkret kürzer wurscht und ich weiß nur dann vorher wie sony er auch bestimmt eine macht auch nicht okay wenn man irgendwie auch die staat ist nein da ist das spiel gemeint mit vorteil erholten ruster generation erhöhte das ausdauerschneller wieder wenn man still steht oder sich doch dann laufen ich hätte gerne den park von dpd städtische invasion dass der im gedruckte normalen laufen schneller genau morium kann ja da auch mal voll der schüttler die haltbarkeit aller nahkampf wachen so dass du mehr angriff durchführen kannst bevor eine waffe bricht aber immer dieses teams leiter immer dieses teams knyp vor allem wenn die weltlich finde ich bin doch gar nicht am 7 stecken gerade ich bin gerade hier aber kommt sich gerade ja er hat auch gesagt ich bin mir gerade ein paar dinge am kaufen ein paar dinge mädchen keine drogen hier du spürst wenige angst wenn du gleich eines mitspieler voller zeug er wohl sind schon wieder das ist das beste zeug auf dem markt badesalz der karte geht ausgutengelsblüten der bohren der karte geht ausgutengelsblüten der bohren der netten muss badesalz nehmen weiter noch nicht im besten zu leben das passiert war ein paar Prozent vorliegen ich bin ich bin Möbel in der Flügel niemals vergessen immer gut und die Warnung und eine Chance während des Laufens und ach hinzufallen nichts gescheitzt kann man jetzt verkaufen ja da kann man verkaufen tsch auch damit die möglichkeit das hat sich immer so fast an ich so startet macht was noch das ja da frage ich euch nicht noch der macht ja nur darauf dass du startest das war doch genau sehen weil jeder dran da ruhig ist schnauzeilen tritt an den spiel bei was du trotz rein dazu da war weh die spieler legende natürlich ist es okay da lehntel 150 8 gesucht hat kann man eigentlich auch level wenn man nur das offline spiel spielt eigentlich ja und die wurden beim daka daka spielen ich habe das gleiche wie die jetzt guckt die schon wieder alle die kräfte es lieben sein vielleicht wird die spielskaree nicht mehr gucken wie hier auf das spiel konzentriert das war auch alle das nicht in die so positionieren aber alles ich bin ja er hat er aber wo die sind und nicht gelöstlich hat er ist die und ohne mögliche haben zu diesen schäften der ist so scheiße warum das ist der gerade der ganz vom wir haben da auch ich bin über die Städte nach oben da rennt schon jemand das kann nicht sein ich bin bei mir es kennen sie noch Prozent er sei es ja kommt sich aus Corona ich muss mich kürtend schäfen ich kürt auch Corona vor dem Rettel zu sehen dann komme ich erst mal aus klopf klopf us-r erst mal die türen aufmachen sie sind auf damit da hat schon jemand die tür aufgeschritten das heißt hier ist jemand drin so machen wie ich erst mal ob es beschläge sogar zwei beschläge haben haus nur noch mit ist jemand am autobahn im haus im gelben am gelben Prozent ich bin in der Nähe vom gelben haus aber unter mir ist jemand drin im gelben haus ich habe jetzt gerade ich bin ein ein her aber müssen wende kommen kommt nur nicht mehr er dass eine Blondine übernommen packen jetzt zwei warum packt er nicht packt jedoch macht das vielleicht mit ab ich war kein backfisch hat und er wirkt auch so schön michael wo bist du um beide zwei häuser beim gelben haus so ich glaube jetzt in der tür ein wenn da jemand von euch ist bescheid sagen weil irgendjemand ist hier drin weißt du niemand schon wo blue ist beim gelben haus ist immer noch immer nebiko korte wenn du ihn hast ja das ist ja was ich gefunden habe ja weißt du auch wo blue ist ging es nur bei dir was ja klar ja ich bin am gelben ok das ist bei der drei auto bei der drei häuser hinten kommen wir händler gepflegt weißt du das andere ich habe kann ist das wird oder ob die schweiß fernste rein ja klar trifft die mit durchs fenster als ob die trifft mich durch Fenster ich hier aber nicht, was ist das? Sag mal, das ist wahrscheinlich für dieser Legend Typ oder was? Ich bin irgendwo oben auf der Karte. Wie oben auf der Karte? Ähm, was heißt oben? Ich glaub, wo du noch was das ist? Erste ist drin. Auf jeden Fall? Wir auf jeden Fall haben wir auf der anderen Seite die hier. Also ob... Das ist locker der 150er Typ hier. Ich zeig mal hier mal drinnen. Komm mal hier zu. Nix. Auch nix. Karte. Also der Typ geht mir so ein bisschen auf den Tisch. Alles. Dank hast du neig gemacht. Das ist doch unten bei der drei Häuser. Hebe? Gelber Haus. Gelber Haus. Gelber Haus. Ah, ich hab gesagt bei der drei. Okay, da komm ich rüber geschwungen. Hast du andere auch schon? Jo. Also hast du beides? Jo. Krise. Ja. Und ich hab eine Sicherung gefunden. Mitte gelber Haus. Auto. Mitte gelber Haus. Ja. Okay. Habt ihr alles schon? Jo. 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 ßrumpen und gläbbrechen. Ich trage was. Jo. so das weigh Nemets. Jo. dascenaw handle. er hat doch nicht keine anderen ein platz haben wir jetzt noch frei ich komme ich komme für die wo bist du irgendwie glaube ich gerade gegen felsen recht rum da wäre wieso wir hinten sitzt sind richtig sitzt der beifahrer das ist der beifahrer seite oder fahrer seite hinten bei der seite hinten sitzt so drinnen nein nicht mich nicht weg andere seite wenn da ich bin komm drück 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 oder stecken das messer vom unfall das muss nur noch gedreht kriegen weil gleiche straße hier zu ende wir müssen andere richtungen vorbei der kriegt eine fette umarmung von mir ja ja der ist tot warum fährst du links rum da ist noch die lange strecke drück drückt jetzt recht runter gefahren clubs wir wissen wo deine nase gepobelt hat genau viele legende ist noch am leben und süß noch am leben unter anderem also also dann sagt man adios granatos granatilla vom killer du überlebt gekriegt mit fahrer ja wo ist der wo ist der ich erinnere versteckt sich im schrank in dem badezimmer ja oben weiß ich jetzt hat er gerade geschrien der war schon richtig ja in den ekel da ist dieser legend aber ich glaube ich habe den geblieben hier ist er wieder hat unten im haus ist noch jemand drinnen im bad und zum tommys kommt den unten rechte zimmer da steht er direkt links hinter der türe die tür die zu ist jetzt geht er zum fenster der kacksack aber das haus ist trotzdem noch eher noch ja das ist einer glaube ich ist krank oder sowas ja ja meine fressen natürlich macht das spiel ja mal wieder nicht mehr aber das ist so ein hurenbock man der legend ist nur um fenster den da waren doch zwei verschlossene türen da ist irgendwo immer drin ja da wo der tümmi drinnen ist also oben oben drinnen ist ja noch im schrank genau da ist ja jemand ins schrank er sieht dich ja ja es tut und der tümmi hat ein messer stecken natürlich treff ich das schweiß auf der hat glaube ich eine falle dahin gestellt ja warum hat er die scheiß fenster nicht kaputt das ist der tony ist wieder drin ja steht im stall mal fenster kaputt ich wollte ich besser werfen aber ich habe keine messer werfen sieben minuten sieben halb Minuten noch der trennt doch außen rum und zahlen ja aber wenn man es raus hat du sie selbst verletzen jetzt bist du ganz hinten durch im stall jetzt ah der zielt ist halt aber wenigstens keine flinster mehr mach doch mal du blöde sau das ist so zum kotzen manchmal mit dem greifen ja komm fick ich warte ein bisschen mal und gibt es ein bisschen dann rennt er los machst du richtig genau jetzt hast du ja jetzt hat er aber noch ein messer ja aber er hat sich nicht mehr heilt ja das ist gut weil er hat dann halt schon genutzt er hat ja nur ein ja jetzt ist er eh tut du wirst er wirkt du kleiner witzern ich will zeit habe ich noch sechs minuten und versteckt sich in der haus mit einem scheiß aus ja im badezimmer so in die ecke gequetscht bei dem wird jetzt schwierig weil das ist ja ein missriss richtig ja ich weiß ich sehe es doch wie viele fallen hast du noch zum auslegen äh drei hat auf jeden fall noch ein schnippel vor der tür liegt auf jeden fall keine falle ne wenn ich nicht zu viele fenster hat kann er da da dienen vor der fenster dann hier die fallen hinlegen wenn du noch raushöpft wird direkt in die falle rein fünf und halb minuten noch ja ich lass mir zeit nur ein bisschen in welchem raum ist er ungefähr badezimmer okay ich glaube ich habe es da gerade leuchtend gesehen so eine falle habe ich noch das jetzt mal wahrscheinlich wieder voll von einer spaziert worden aber wir sind zwar zusammen war best gästekloß hat er hier ja war machst du auch doch die scheiße Türen ja genau gegenüber der Tür wo du jetzt eintrittst deinem Raum ist der in dem kleinen Ding hier ja direkt um die Ecke direkt um die Ecke ja aber auch kommen mit der dritte aber schade hätte er klappen können hätte ich den waren bei wir kommen bei hinten raus dann haben wir dann mit dem Schläger genommen und jetzt bringt mich das Fenster ein das Fenster ja das ist das Fenster ja das ist das Fenster ich schau nochmal die Tür an das ist natürlich auch sehr schlau die Träume sind es noch vor Haus ne rennt dran vorbei ne rein 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 jetzt geht's ja 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 rein der Tür kriegt nicht auf vier Minuten oh der hat ne Falle äh stellt die mitten im Raum na da will das doch auf den Teppich ja ich hab's gesehen versuch wir mal auf die Asiat pack doch das Mensch jetzt macht der Radio an du machst der jetzt Radio an damit er äh versucht versucht mich zu informieren so und scheiße ah das war knapp ja steht am Fenster auf die freie Fläche zu kommen du kannst doch eigentlich die Tür und gleich direkt einrennen ja ach du mal sagen vorbei genau geht wieder rein oder rein das ist so ein Hurenbock Alter genau aus solchen Gründen kommt man kein Bock mehr auf jetzt hier noch Fenster einschlagen dann verrecken die da durch hat sich ne Ecke hingestellt im Haus hat sich ne Ecke hingestellt im Haus hat sich ne Ecke hingestellt im Haus tja das hat keine ganzen Fenster mehr hinter dir ich weiß was eigentlich immer noch darauf hat er irgendwie selber in seine eigene Falle rein rennt jetzt aber jetzt aber jetzt komm jetzt aber du bist es nicht wert zu atmen so ist deine Schwester gestorben so ist deine Schwester gestorben du überlebt das ist schon ne gute Quote 3 randoms gekillt 3 Vollspacken am Leben gelassen ey ey das ist doch so return to mommy weil der Obervolle Vollspacken der hast doch schon raus von den Vollspacken den hast du doppelt getötet stimmt ich denke hast du 5 von 8 Punkten erwischt oh 2.260 ich hab 1.740 ich hab 1.740 und ich hab ein kleines Schwein abzeichen oh Schweinchen na kleine Schweini Schweini Schweinchen ja ich hab Versteckspielen mit Verstörung aber da gehen wir jetzt definitiv drauf raus wegen dem Hufen so und da ja keller oder allein ких oder lassen und spielsuchen so die 15 minuten sind auch schon rum ja ich denke mir auch sogar schon eine stunde aus dem die ich mir in den Weg nicht und kann sagen oder mit der Stelle und eine Prüle wie haupt vor Ort ein Lucie Möbel Koba um das 7 die nicht wieder die und sie wieder total ungeduldig ja bei solchen Typen ist recht die Erdbeckung nach dem Vertrag der Europäer auch Prozent kann er bei einer Ordnung das sieht so geil Ackhock mit dem Prozent die Hälfte haben wir nicht kommen und das war es ein was alle haben wir bis auf dem Front den machen wir fertig für ein im Kempfors ich habe wieder den kopf zerquetscher ich habe die bade nächste stehst du drauf jetzt doch zu immer ich habe die sparen am lagerfeuer ja ich auch wahrscheinlich haben wir andere die anderen bei mir alle irgendwie auch nur ich so da ist mich ja wieder und das heißt es ist geschehen jetzt ob auch nur so ein Prozent 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 Leben gelassen also er hat ihn die Erdbeer sind es sieht aus als hätte Leder Leder da haben wir die Vorlieben wenn er hat sich so viel zufrieden Prozent Neuern zu ihm Nö Nio ich bin hier gelandet oder ich bin am Auto lassen mich in Ruhe ich bin allein nur noch bei dir das sind andere alle alle auf der anderen Seite für ein Jahr mal so klein aber ich meine ich bin einsam hier ist jemand schon am Punkten Karte und noch nicht zu wollen sagen da bin ich nur Arsch mit Mitte sind zwei ganz unten ist ein zweit links ist einer hat er mir einen Strom ausgemacht Nö stromreche wurden bezahlt und ich hätte sie aber ich hätte auch in den Rennbocken oder welche wenn die Einheit ist um die Strom glaube ich nicht kommen ja wohl du den Strom nicht bezahlt hast na ich habe ich bezahle einen Strom ich habe strom zu hause also ne ich auch sonst könnte ich ja nicht stream geht schon wenn dann deine Hamster schnell genug laufen aber keine Hamsterkäufe hat nicht genügend Hamster zu hause geht doch zu scheiß sonst bei deinen Nachbarn abziehen jetzt bin ich aus Versehen durchs Fenster gesprungen Nö ich finde nur jeder sollte Corona haben Bier? Immer noch ich darf nicht so sobald das Thema Corona auftaucht gibt es keine Werbung mehr die hat mich schon vor mir gefuckt wie sollste noch weißt du warum nicht werbefreundlich verfickt und zugenäht verfickt und zugefickt er geht aber gar nicht warum hast Angst hat er eine Penet-Pumpe nicht kaufen kannst das Prozent Prozent die Schüsse zu beendet die Warten ist groß finden ja mach ich eh nicht aber ein Bündnis was besorgen oder der Differenz der Schülern schütteln ja der See wie er mir ein Spiel schüttelt sich erhält das ist nicht ja wir haben ja 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 fertig ist außerhalb Prozent Schocken Sego musste er jetzt ein Verhältnis sich so aus wie du ich wollte auch gar nicht in den schrank mensch der krisi du hast das schrank dienst nein immer noch du bist nicht ganz alles alles am misch abgegeben auf lebenszeit mit zwischen den armen für ein tier auf mir ich habe nicht ein geschenk gemacht so gesehen was willst du kannste gerne haben wir kommen ja du hast wo ich wohne auch ich das ist mir ein minuten zeit ab jetzt ich hab gar nichts gefunden auch nicht rein um dein leben und schrottwälder gefunden und damit gott sei dank man weiß nicht nur weg und lässt sich die ruhe ab ja und ein rennmabel da haut er mir einfach böse michel ja radio ich mach mal radio an ja alles batterie polizei wurde gerufen der toby wurde auch schon gerufen ja ich mache jetzt hier richtig content konnen rennt nicht so weg macht nicht weg da bin ich fast jetzt hier wird noch nichts schatz später jetzt noch nicht kommt ich so weg die sich gemeint jetzt ein bett ab ins bett nein du gehst jetzt bettend ab ins bett ist doch jetzt egal jetzt ab im bett nein gehst du weg ich will dich mit dir bis hier was in einem haus muss man auch so da oben der folgen haus in welchem da sind so viele häuser da muss ich hab ich auch nicht ich bin hier mitten auf der straße und ein straßen das ist das tut und ja ja wo sind die anderen ganz unten links sind zwei ja genau genau Ich bin auf dem Weg zum Auto. Zack! Ist gleich ran gepodet. Schelfenmodus und ran gepodet. Der hat gedacht, jetzt kommen noch in Ruhe die Bullen. Das war Blackburn. Da fehlt ja noch... ...Luz Lelkova und... Genau. Ist ja das gelbe Auto nur. Ne, ja, Auto im Boot. Sevi! Hinter dir! Ich weiß. Sevi? Anwesend. Schlepp mal deinen YouTube-Kanal mal bei meinem Facebook mal... Geht da unloatet. Vielleicht hab ich noch mehr Lust deinen Stream anzugucken. Cointamer, Werbung ist immer gut. Werbung! Mach 2,50. Geh die dir bei Blumi holen. Ne, das ist doch eh nichts. Siehste. Ich hab auch nicht gesagt, was ich 2,50 haben möchte. Ja, 2,50 Döner. Richtig. Bei Döner sag ich nur nein. Ja, wär auch schlimm wenn. Na komm, kriegt schon einen. Ihr kriegt da schon wieder so'n Rappe. Ich krieg doch keiner. Das Problem ist, jetzt sind hier 3 Ausgänge. Mit welchem kommen die? Aber mit welchem kommen die Bullen, wa? Ja. Hab ich doch grad gefragt. Hörst doch nicht zu. Nö. Schönbar nicht. Ähm. Äh, Sebi? Ja? Was schmeckt denn der eigentlich vom Level Up eigentlich am besten? Aus deiner persönlicher Meinung. Jungle Juice und Wassermelone ist bis jetzt am geilsten. Weil Wassermelonen hab ich nicht bekommen. Ich schon. Äh, was hat ich gehabt? Einmal hab ich jetzt hier Cola. Äh, das blaue. Blaue ist auch cool. Ähm, ja das hat mir auch am besten mit geschmeckt, weil es nicht so ganz so süße war. Jungle Juice. Das hab ich eben ja das Großpack. Das aktuelle was ich jetzt grad drinne habe, hieß Cherry Lemon. Weiß ich mich? Jo. Gelber Haus. Zwei Stück. Ja dann eine bin ich. Wir haben jetzt selber aus Küche. Noch in der Mitte der Kinderarbeitet. Ja ich war von auch Keller. Die drei hab ich ein Rücken gelassen. Die anderen hab ich gekillt. Oder sagen wir hier vor Schocken. Guck mal. Komm schon. Die Polizei macht es richtig. Nicht. Bingo. Rotze. Das ist falsch. 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 Bzw. Ausgang. Jetzt heißt das RUN BITCH. RUN. Jetzt hänge ich hier in einem Baumsturm fest. Das bin ich. Lass mich in Ruhe. Fass. Oh mein Gott. Was passiert? Was passiert? Oh mein Gott. Was passiert? Was passiert? Das ist richtig. Die leichte. Du überlebt. Bist du weggekommen? Sehe wie? Hier. Ihr Arsch knapp. Keine Ahnung. Ich hab nicht gesehen. Hier wo ich renne sitzt im Haus. Ach euer Affenspiel. Nein. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Wir wollen das lang. Wir wollen das lang. Äh. 70 Euro. Der ist auf der Straße. Ich weiß. Der ist auf der Hauptstraße. Das war ehrlich. Ich lass uns wissen. Ich hab ein Handy. Da können wir uns wohl nochmal nachgucken. Was? Wenn du nicht angemeldet bist, klar. Ah. Gut zu wissen. Oh. Guck mal. Kein Scheiß. Lass mich in Ruhe. Stunnen. 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 Hahahaha. Bitch. Get out the way. Hahahaha. 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 Bye. Tschüss. Tschüss Murak. Ne. Ich wüsste ich doch. Ich steck die ganze Zeit in deinem Haus. Na. Waren wir so klar. Hahahaha. Und dann kurz und knapp bin ich zum Aufgang gegangen. Ah. Oh nein. Er hat geklaut. Er hat geklaut. Er hat geklaut. Drück, 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 drück. Was? Schöne. 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 Ich hab die gerade gar nicht auf der Karte gesehen. Du musst auch. Du musst nach oben. Du musst nach oben. Du musst nach oben. Ich seh grad nicht. Schöne. 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 Gerade hoch. Ähm. Gerade die Straße folgend. bekämpft. Die Fl сама wird skinschjuck. Der weg ist ja nix mehr. Uh und du tot. Du bist noch. Schöyne. Und du tot. Schöün. Schöne. Ne, schöne. Ne, ich hab keine Ausdauer mehr. Lauf, neues Hahaha. Lauf, neues Jahr. Ich hab keine Ausdauer mehr. Schöner wie einen auf der Arsch. W lad kann mit ordet nehmen. Als offenspram. Oh하세요. Kille sie! Das schaffst du! Hau ihr eine! Ne, komm mit! Zwei Schritte, ne, ein Schritt vor, zwei zurück, sagst du? Jetzt renn doch mal! Wie der Rad die Leiche weggetreten hat Hau ihr eine! Hau ihr eine! Schmier so um! Oh, jetzt hast du verloren, Dean! Da ist er tot! Und Chrissy läuft da so Millimeter für Millimeter weiter Schnell in den Wald rein, kann ja sein, dass da keiner mehr ist! Was heißt beim Sterben? Äh, wo ist mein Handy aus? Kommt doch Mama! Ich kenne erst mal Dresche, weil er noch so frei abgewurkst hat Du hast grad mal einen gekillt, der in der Liste als tot steht Oh, 2300 Punkte! 2344 Ich vorstelle eine Ladung von euch! Ja! Irgend kurz, das Ding ist falsch geladen, müssen wir nicht mehr rausgehen! Kann man? Naja, dann kam ja als Tommi wieder und anderes Hotel gegangen! Kannst direkt einladen! Ne, wir verlassen besser, weil äh... In der Zeit wird die Ladung raus, denn da ist schon wieder eine rein! So, komm! Okay! Eine Ladung ist raus! Äh, ihr müsstet mir nochmal erklären, wie das Spiel nochmal ging! Nicht töten lassen! Wenn die Killer bis töten! Wenn die Killer bis einfach doof rum hin! Mhm! Diese Begeisterung! Mit äh, 2 ist greifen, mit R2 ist schlagen! Und als... Überlebender? Musst du mit Kreis griechen! Genau, kriege ich's nicht, was die total ist! Wie wir alle! Und normal für den Exter und L2 gedrückt halten, das sind Club Rennen! Und L1, äh, L1 ist glaub ich das nicht in der Hand machen, ne? Ja! Und Karte ist Touchpad! Ja, was? Touchpad! Touchpad! Touchpad war jetzt hier Karte! Silikate, genau! Und Licht? R2! L1! Und Rennen? Und Rennen? Rennen muss zu den Stick reindrücken, zum Rennen! Das ist L2! Das ist L2! Ähm... Mach das mal Michi ne ganz ruhig! Der steht doch drauf! Du, Dien! Ja! Wenn wir bei euch sind, noch, bist das Einzigste nicht mehr eingeladen mit zu essen! Punkt aus! Du kannst... Du kannst da draußen zuschauen, wie wir alle essen! Pfff! Dann sagst du dir jetzt, morgen hast du ihn wieder vergessen! Ohhohohooooooooh Jetzt schreibt das sich auf! Eis Protest! so ein wecker extra an den tagen wo wir bei euch sind wird das geil eingespeichert aber jetzt mal ehrlich die suchverlauf ist ja schon wieder voll lange wir sind jetzt gleich bei zwei minuten das macht noch mal brechen und noch mal neu suchen abbrochen weißt du hast erbrochen doch jetzt ging schneller so haste ich nicht geworfen konzert wegen mehr einkaufen oder ich war gar nicht einkaufen du bist du gestorben du verhungert du corona alle die corona haben sagen hier alles klar nummer eins wo sind die anderen michel wo bleiben die corona hits schneller kredi schneller machen also macht du bist raus du bist du gestorben genau bevor es angefangen hat du gestorben nö spornstod ne spornstod spornst genau neben jason zeigst ihm dann den mittelfinger und schlittst dir selber die keller auf ja genau vor allen Dingen da heißt einer jason for his ne neue trophy uuuuuh stimmt der da unten heißt er ja so ja aber der jason von abegon das könnte vielleicht das alter von dem sein oh da kommt noch einer rein bin gut du lust 187 ja ne ist klar hör mal so die sind so intelligent wie fips ass musen das ist der jason auch noch der geht bei jedem yo wenn du niger hast halt hast du oben gedrückt halten hat man nicht mehr so nach oben gedrückt wer ganz oben steht ist der keller ist immer jason ach so haunter jason führst ich will ne hier ist einer bei mir in der nähe ich glaube das war chrissy oder bist du gerade am lagerfeier chrissy nö ich bin auch irgendwie alleine ich hab schon mal wieder einen schlüssel leute sehr schön ging ja schnell war hier na da cheat es ja das ist der schnelle weiße ich habe eine löschtpistole sprit spieler komm jetzt finde ich die batterie komm 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 ja auch schlüssel gefunden ich bin da warum ich finde die batterie boah da ist der gelbe fuck ich habe einen weiten weg bis blue wo ist ein blue ist da bei dem gelben out ist er beim gelben haus nein nicht bei dem gelben werkzeug dann ist oben der ok unten gelbes werkzeug da komme ich gerade hoch gelatscht dann kann ich seine hand ja ich bin wenn du musst du mit diesem musik so dramatisch sein ja 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 ich habe das gefühl dass ich gleich tot bin weil hier sind zwei randoms die beide am rumrennen sind aber wenn es das funken hier rum ich bin immer noch am aus der welt bin ich denn jetzt überhaupt ich bin auf dem weg nach blue bist du bootshaus ja ich bin auf dem weg nach blue hier wie schlecht sondern gerade an dem weg richtung bootshaus lang ja 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 ich weiß können wo das ist wo das ist unten bootshaus sind die zwei rudern auf x ach du heilige da oben oder was ich habe keine schade ich bin am aus der welt ich bin derjenige der ganz weit weg ist ich bin derjenige der ganz weit weg ist mannst du ganz weit weg ganz recht bin gut du auf der karte sind tot ja es ist einer von den randoms der grad bei mir war man nicht ich bin jetzt mal mit haus vom gelben auto ist einer von der werkstatt ja da ist es hat er mit dem auto ne das ist das ist gelbe auto ja da bin ich gerade ein guter los hat das spiel verlassen was für den lappen ich habe das andere bekommen können ja aber so kann einer von uns wenn es wieder kommen so ich bin auch gekommen wenn ich immer auf bin ich raus sein und hier nochmal ums überleben kämpfen so rum hi michel sowas fehlt jetzt noch batterie ne aber ich glaube ich ja sie ist in der werkstatt vielleicht batterie ich guck gerade da habe ich schon den kanister her ich bin dann direkt los da hast du noch drin eine frage da muss aber noch ein bisschen was sein ja bitte ähm wenn wir vierer weg da bin ich tot jipp ui love weil ich schon jemand schüchtern hier ist hier ist nichts mehr warte kommt er ja beim ziehen ist im gelben auto auch schon drin da wir brauchen ein werkstatt ist und da kommt weg zu mir das war jetzt nicht ein ja meine kunde ist gleich im arsch nein das wird mich jetzt auch nicht ich habe mich für dich geopfert holz und das ist da hat ich tot ich gestorben taschenmesser du kannst aber als kommi wiederkommen die haben den gerufen ja da rennt zu mir der penner keine kondition mehr jetzt bin ich durch kurze frage was das taschenmesser automatisch genutzt ja und schießen wo ich habe batterie ich lasse mich bei blue killen geht nie anders dazu der benzinkanister ist es blut ich habe batterie ich dachte immer ist ja nein da geht definitiv nicht hin jason ist da nicht sehe ich es gerade ja und er hat eine volle der selbst da eine volle nach an was für ein penner das erste schlüssel ich habe schlüssel ja dann kommen lasst zu jahre los dann ja da fehlt ja nur noch die batterie ich meine ich meine dass da schon den ziehen drinnen war die batterie habe ich so verhalte ich erst mal in ruhe vor dem neben habt ihr auch gerade wieder weggeglitscht ist ja gut und hier sind wir der hat mich kaputt gehauen alter ich hatte gern keine chance kaputt gehauen ja ja dann liegt auch heiß und die batterie dann holen gehen noch ich bin dann in der nähe der batterie ja ich weiß unser leben hängt am seiten entfahrten durch mich da hat er damit nichts zu tun sei doch nicht mal so negativ ich bin auch nicht so gut ich habe längere zeit gar nicht mal mein gott hauptsache wir haben spaß daran ich sehe dich auch gerade bei denen der hängt am son fest da bist du ja dann kommt dann ab zu dem auto schlüssel das betriebe holen so hast du doch schon jetzt oder nicht nein die liegt ja noch mich jetzt gerade nur erschrocken dass ich hier alles mit was da liegt bei kraftbüro ist jason auf jeden fall nicht ja der kraftbüro ist da am rumrennen sehr schön lauf lauf noch rennen 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 ich sehe nicht im dunkel ja das ist weil der in seiner nähe ich sehe ich sie gar nichts mehr sie die karte nicht mehr er ist auch überlebt wird gut er sieht das hier wieder sich gibt die spüren noch jude hat die der wonder woman kostümen ja die lebt noch ja so richtig doch auch zusammen ich sehe nichts mehr in half blind ich habe gerade hinter mir gesehen und ich geburt der hessische bastard vor Ort macht diese kraft hier oder und Autsch Aua Dreckischer hässlicher Juden Bastard Ey Micha Lass dir noch mal alles so in den Kopf gehen lassen ich habe scharf nachgedacht aber ganz scharf vor allen Dingen was macht die da hat sie sich kontrolliert gehalten ja oh du Fissel wie oft hatte die doch Dreck die spiel gefordert und gegastet die machen wir gleich aber wie es vorhin gemacht haben krisi durch die kultur tragen was krisi durch die kultur tragen ja die spiel ja die spiel ja die spiel ja die spiel die jace müsste eigentlich schon längst hinter der stehen und die weg sagen ja guck dir das an die spiel zusammen kann man sonst noch melden oder boah wir machen das doch nicht anders guck dir das an die wäscher links tot ja weg ist er geportet was 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 nein der ist mit der leitung am glitschen ernsthaft das siehst du erst einmal und dann noch mal auf ein paar meter weit vor das leitung glitschen du kannst am ende von deine internetleitung rauf und runter schießen lassen wie geht das überhaupt indem du ein laptop daneben stehen hast und mit dem router spielst das nicht an unseren router rumspielen sondern spielen was haben sie doch bei dbd so ja nur wirst du bei dbd gepackt sagen wer hat das geahndert ja und da dieses spiel bisschen älter ist und und größer ist kein content mehr kommt wenn ich will noch ein neuen spiel machen ja und die kurzsingen sagte ich ja gerade konnte im endeffekt freitag ist noch gefragt hat spiel ja aber es wird schon auch du kannst nicht melden also du kannst keinen melden das wird blöd na schickst du schon wieder hin ja 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 ich habe auch deswegen schon extra hier wasser hergestellt wenn man es wie ich hab noch ein liter kann ich dreimal machen ja aber du musst vorsicht sein also zu viel ist ungesund ich mache was ich versuche nur in alle zwei tage ein anfang nicht immer einen am tag ich möchte es auch nicht übertreiben weil ich mich auch bei mir ist es auf dauer ist es echt ist süße wollte es eigentlich nur so wenig ist noch also ich finde es irgendwie sehr sehr süß ist es normal da musst du ein bisschen was wir also ein bisschen weniger aus dem löffel da rein tun und ein bisschen mehr wasser ich habe letztes mal ich bin einfach allgemein ein bisschen mehr wasser ja dann tue man ein bisschen weniger aus dem löffel ich habe noch diese probepacks ja gut aber diese diesen 320 gramm oder was es war na so eine große dosen machen das ist schon ein bisschen uff schon ein bisschen leichte verarsche finde ich nicht wirklich erst gab es die dosen die wussten gar nicht wie kleiner pulver wird und weil ich mal wie fein die soße da ist ja ich will schon das schon mitgekriegt alles sagte er und trinkt sein bier und ja ich auch mich schreckt sich jemand genau schöne grüße von meiner mutter sich ausrichten also so auch können wir jetzt bin ich mal langsam beenden ja also noch vier und halb minuten vier fünfzig eben und tscherchen vorne doch noch vorbei ja weiß ich die tischen dürfen zwar hier nach deutschland haben wir doch nicht mehr doch doch ist das lecker und dann war es doch volles stück da wollte du es die ganze zeit zu voll sich kippen zu gucken und das kann man nicht mehr oh deswegen ach sagen was meine mutter dazu gesagt hat mit leicht hämischem hintergrund fand ich jetzt kannst du keine leckere schnitzel mal holen war aber ich bin mal gespannt wann sie hier die holländischen grenzen dicht machen wird nicht mehr lange dauern ich habe in einer gruppe gelesen da darf der vater des kindes der arbeiteten holland der hat ist wohl arzt holland er hat vom vom von den chef schon ein reiseverbot nach einer wege kriegt ok nach der davon vom arbeitgeber da war schon nicht mehr nach einer w weil dann würde er arbeitsverbot kriegen ja weil die gefahr zu hoch ist ist ja arzt ja möchte ich die frage was die die du das jetzt machen der fährt ist ganz deutschland auch von dem in der Zeit der dritte und erweitert auch so ach so das machen achso die müssen so beim Bastenbrust die Qualität übermacht Echel ebenher dass wir das ist der Eko ist der Versteller ich habe gewundert meine mal eben kurz aufgab ich war auch im Klo der Eko ist häter da mit dem anderen Autor weg oder was ich soll das auch oder ja boah der gehts dann crisi also recht umrechtlich kann er den da jetzt auch noch aufnehmen aber wie doch was zum Glück wieso kann er den rausziehen ich konnte euch gestern nicht rausziehen ja weil wir hochhingen hin ich denke mit der schnauze junge nicht einfach kill die letzten drei minuten zweieinhalb minuten aber ja alles kann man so blöd sein und zwei autos schrott nee das kann aber auch wegen dem leck sein das ding ist das eine auto das ist das ist ja nicht kaputt das muss man ja machen spiel auf time out die zielpunkte noch vor allen dingen das getrunken zu sagen ja maske runter geschlagen was für eine maske werden sagt auch aber da muss ein ganz schön großen sack haben noch dass er über das gesicht ziehen kann aber wie das aussieht mit dem auto sie gut aus ist geil oder so voll in der luft abschweben vor allen dingen der war fast raus naja ach da ist er ja ausgegangen also entweder ist der groß unsichtbar oder ja habe ich auch gerade wieder nur so nicht weil da ist gerade blut am topfen gewesen dieser letzte noch die schönste und tag steht das macht das wieso schlägt dir enthauptet und michael wird verkrüppelt aber es ist jason sein haus noch zerstörst also noch alles in glitschkatz gesehen der zweite jetzt gerade war so ein pullover anziehen alles klärchen bärchen wir versuchen jetzt mit zwei mann die trophy zu kriegen oder wird geht nicht eben du hast schon mindestens drei einen tommy einen weiblichen charakter im pullover und jason ja und mann weil der trader tommy kommt ja nur wenn man auch zweck getötet hat jetzt eine minute noch dann haben wir denke ich jetzt so hätten können abgeschlossen werden wer wird der nächste jason komm ich bin es wieder kaum alter gibt es mir nein wenn sie was michael ist jason sei bot ich krieg kein cyber der kann weg bleiben ey komm der wird jetzt hier doch in der runde fehlen ja damit er wieder mit seinem scheiß vibrator im Arsch umkommt stehst doch drauf nein der stehst nicht drauf da hast du doch extra angesprochen gerade da müsste doch irgendwas fehlen musst du mal voll machen so was hab ich bekommen 1000 1170 1170 1170 enthauptet enthauptet verkrüppelt zerstampft ermordet kleines schwein was wir hatten schon wieder was für kleine schweine ey jetzt sind nur noch wir drin jo wir machen eigentlich nur zu voll auf Deutsch wird's scheiß wieder werben mit der Verteilung Mann ihr habt allesamt zu hoher kommt bereit ja oh ich hab's ja wieder verloren er ist wieder raus ja man er ist wieder die Arschkarte gezogen oh kommt zwei dabei ja komm komm zu beide lecker jörner psychoponisher sn h ach t h 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 und kohle die sieben ja wenn die jungen haben zwar zu dessen das war der immer vorweg ab fünften juni und ihnen dann weg bei mir poppen sie treten mit was weil ich wie soll was machen du nix sagte denn bei mir haben geboten wer wird gebot er ist ein bisschen nicht mehr poppen darf das weiß man ja schon krise ja dass du bescheid weiß wenn wir wenn die jungs da sind machen wir spenden aufruf für mich ja warum mit dem jockel meinen freuden aus ok michael also ich hab grad noch zum lieben michi gehabt ich bin es nicht ich bin es nicht hallo meine flergern auch mal an die würde ich gerade nehmen ja dann nimmst du die denn nämlich mal rede ich bin das kann voll am bagger gibt es die tür vom kopf hast du schon ein schlüssel batterie und alter du bist so ein wichser war du bist so eine das ist prima donna dann sagt man doch mal ein sehr besorgen gerade im haus und jetzt ist das mit dem körperlichen hausen sind viele häusern ich denke ich bin sie ich stehe auch weiter was sagt man sich gerade noch wieder zu kann ich ja nicht Patschi aber ich habe hier ist nichts mehr war nehmen nur Bärenfälle ja ich bin noch mal auf die Toilette. Geh du in das andere Haus, so und ich guck das hier. Okay. Komm, 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 komm. Eine Sefer, die ist lustig, eine Sefer, die so schön. Da kann man auch mal schnell Leute sterben sehen. Hallo. Hast du was gefunden? Nee, ich bin gerade erst im Haus drin. So, der zweite ist schon tot. Was hast du gemacht? Der hat noch mehr nach den Schweden habt ihr zu wirkt. Ich steck da. Lager noch mehr geschossen. Fick dich. Fick dich, ich bin bei Blue. Geh weg, Michel, du steckst nach Maki. Du steckst nach Maki, hab ich gesagt. Lass uns spielen. Der will mit dir aber nicht spielen, Lego sein. Ich mach funke die Funke. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ach, da. FUNK, Michael, du hast jetzt Glück und bist... ...warte, komm wieder. Komm, komm. Hab Glück. Alter. Alter. Vor allen Dingen die drei Quoten schwarz sind tot. Was ist zum Fick? Haben wir irgendwo ne Brücke? Da hast du ne Brücke. Alter, du bist ein hessischer Satz, ey. Trissi, ich hab was Elektrisierendes. Oh, was Elektrisierendes? Ja. Für das, was du... Nein. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab. Mach nicht. Ihr seid die letzten, die überleben denn. Nein. Au, ab. Ein Random ist als Tommy wiedergekommen. Guck mal. Nein. Guck doch mal, da ist ein Random wieder. Halt auf mich, du bist so gewalt. Da wollte ich mal mit dir planschen und dann... Ich hab's dir doch gezeigt, die Untermosserwelt. Hallo, wir sind hier nicht bei Ariel, ja? Anda, Nessi. Kampf Tomate hat grad hier eine Stromkasten gemacht. Da rufst du die Polizei. Ich bin gleich wieder da. Also, warum springt der einfach durchs Fenster wie dem? Muss man sein? Ja, frag den, der spielt. Das ist Kampf Tomate. Ja, frag ihn doch. Äh... Debi, hast du... Sprit? Nein. Scheiße. Schlüssel. Ja, den hab ich auch. Er ruft die Polizei. Michal. Boah. Scheiße. In fünf Minuten sind ich die Bolle... Bolle Reiter. Ja, wir sehen's. Wo bist du grad, Michal? Direkt bei dem Haus. Wo da drin ist. Sebi? Ne, der ist raus. Äh, bist du in der Nähe vom gelben Haus? Oder... Der ist grad bei den Zelten entlang? Äh... Der ist ziemlich schnell weg. Äh... Äh... Ja, der ist ja bei einer Art... ...Lichtkreuzung grade. Auf der Straße ist er, glaub ich. Oder? Ist das die Straße? Ne. Auf dem Weg. Aber hier ist die Straße. Wo er ist. Sprit. Ähm... Hast du Quater? Ja. Und unten. Ja, ist beim Ausgang. Wie viel. Welchen? Das gibt's für viele. Das ist ein bisschen so weltlich grad... Okay, da hält sich das mal. Auch gut. Ähm, Hurraq, oben rechts. Äh... Ne, warte. Oben... Oben liegend so. Rechts, links, ja. Ist da. Ich hab keine Karte, ist es nachzugucken. Also oben links und so ne. Da sagt er, oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Ja, da ist links, ja. Die letzten beiden Überlebenden. Er läuft wieder zurück. Nein, wir sind mehr Überlebende. Wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. Wir sind mit dem. Drei. Drei. Weil oben rechts ist bei dir auch noch einer, die. Ihr seid zu dritt. Oh, ja. Ja. Ah. Ich glaub ich schaff das nicht mehr bis zum blauen. Ah, kacke. John? John? Are you John? Hmmらuck mal so refinedIsle? Tommi rennt zum Haus. Ohuuuh. Hast du ihn? Warum greifst du den, denn ich? Bei deinen Tassen, was immer bei sich shows. Hast du ihn jetzt? Das tut. Ja. Und der ist dort. Tommi ist dort. Umf Zielgruppe. nein ein nacketeil da ist noch einer und ein schwuler bauarbeiter noch eine angezogen angezeigt ein schwuler bauarbeiter läuft so tuntisch rum mich ja sei doch mal ruhig wie sie das ist ja genau wie er ausschaut oder von hinten sie ist ja ein schwuler bauarbeiter kommt extra eine stelle modus aktiviert dafür aber das ist auch gut ja und jetzt stellst du da auf komm bring mich um wo bist du also jetzt ein bisschen blind jetzt sehe ich den faktor ja ja ich habe eine falle aufgestellt ja ab wie gewicke wie gewicke jetzt nöger nun lecker bis die meisten um was ist noch zu füllen das ist noch eine Minute ja du nein ich habe nicht mal gesagt wo er ist ich habe nur gesagt wie michael meine ich kleins verräter schweinchen wieso guckst du eben bei dem stream mit was ich nur noch den richtigen ausgang ich bin ja mal weg ist auf jeden fall weg punkt kommt also ganz ehrlich die beim verstehen bitte nein ich habe keine zeit muss weglaufen hier kommt ein screenshot gemacht jetzt jetzt macht er wieder arschbilder von meinem charakter es hat nicht mehr funktioniert links rechts geradeaus du bist im labyrinth immer gespannt aber versämmelt ein auto wie ich mir gestern sei doch ruhig ich hab schon gesehen auf der kotterdien ja 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 ich müsste es auch behaupten gibt es einen gewissen grund warum du so machst ja dann kann er mich nicht hauen seit wann geht das verpiss dich lass mich in ruhe seit wann geht das also das ist doch freudige scheiße man vielleicht haben wir ja mal abgedatet ich sehe gar nichts mehr was ist los ich sehe nix ooooh komm komm verpiss dich lass mich lass mich am leben man du kleiner wichser der wollte mitkommen so will ist er zeigt denn deine ganz große axt kann mich am arsch lecken ich hab wieder einen drücker mann du bist so ein wichser bist du ich weiß ich hab dich auch am leben gelassen ich dich auch bist du ganz am leben gelassen das nächste mal wenn ich fehler will bist du der erste der stirbt aber ich hab dich wenigstens am leben gelassen du hast mich gequillt kann man deswegen das intro irgendwie überspringen aber dann ging es ja 1000 ok 36 erfahrungsbonus mal zwei kompletter also alle gekillt hast nähe nähe tiefer herausgerissen ertrunken zerhackt im schlafsack getötet zerschmettert ein mordel das steckspiel mit zerstörung ach das ist das was das habe ich auch vorhin bekommen ach so das ist also immer aus du musst ihn mal kochen du musst ihn dann doch kircher töten das ist cool mit dem kochtopf krisi bereit ab verdammt corona na 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 es ging ja nicht mehr bis jetzt muss krisi alles zahlen lecker krissi ganz ruhig ich bin ganz pflegeleicht beim essen geworden aha ich erse nicht nur zuerst aber ich hab dich gelernt heil dien was alle lieben habe ich was gesagt wie sagt ihnen einen pfeil wie pfeil ich weiß ich verstehe gerade gar nichts bei mir hat er irgendwie einen roten pfeil killer nein eigentlich nicht das wird erst gezeigt Prozent wenn alle bereit sind und so wenn sie durch diese Katzen kommen weil ich dann jetzt schon mehrmals in diesem Bildschirm ganz oben aber ich bin trotzdem will die vielleicht doch wer einen roten pfeil hat wird kühler ja aber ja aber ja aber ja aber ja auch jagen ja 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 auch ja auch einen roten pfeil gab ja man wie sind wir ich habe das gerade so gesehen vorak wo bist du ganz weit weg von dir wer mir verrät wo vorak ist kriegt einen von mir ausgegeben ich bin hier ich bin hier ich bin hier du kriegst keinen ausgegeben du bist umgebracht scheiße das ist diskriminierung das ist mir doch egal du hast mich gerade umgebracht du kleiner wichser oh knaller ich habe eine batterie habe ich auch ich höre den wie bist du das hier im haus hi ja okay du bist geblitzt du hast mich nicht gesehen so wer hat wenig gesehen hi also wenn du hier schon die batterie gefunden hast ein neues spiel läuft irgendwie nach oben was ein neues spiel das meinte ich übrigens ernst wer mir sagt wo vorak ist kriegt von mir ein ausgegeben so ein kameraden du hast mich nicht gesehen warum bin ich kameraden schwein ich habe den gerade am leben gelassen und der bringt um der ist kameraden weil es ist einer von euch im haus und ich weiß es ist es du bist du seit mich an ich lass dich am leben ich will nur wissen wo du bist mit Herz mül du bist am Arsch auch auch durch die chimney ich sehe nichts mehr als regulisten dunkel du Tag komm bist du damit für integrity Sport der mädel dauks Judith leit bayer ich hab mich blitzt du hast mich nicht gesehen wer bist du noch mal ja ja ich hab mich gefunden das geworden ist es ja Prozent und sie hatten hier mit einem gelben Auto worauf bist du das etwa der gelbe ist nur ein zweier und für flüchten dankeschön ist egal verräter hat sich mit mir kommen die Autos aber außerdem ja jetzt hat sie mich begann es auch ist also daher blau ist immer vier personen gelb ist immer einen sind zwei personen und wurde es auch immer nur zwei ja schön zu wissen ihr wisst doch ich bin neuwertig in diesem spiel schon wieder ja klar ich war fünf Meter gefühlt davon weg ja gut zwei Meter Wärmfalle nur Wärmfalle nur oh ich hab Benzin Na komm direkt ich schreib so lange in Ruhe als er ist dafür stelle ich dir dein Herz so und jetzt seid ihr andere dran seit blau oben oder unten Guck 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 so jetzt sagen die schwarzen bis auf eine ist mich äh sind jetzt randoms ne ja ich bin ja die Emo ja das weiß ich du bist meine Schwester hier ja ja sehr schön das heißt beide randoms sind grad bei mir hier ja also einer zumindest so blaue ist schon mal betankt brauchen wir nur noch was ja jetzt schon mal so aufgedeckt na klaro da hat er glücklich dass er mir hier ja du laufst in der falsche richtung Euro anwesend hat ihn nicht mit auf zu sein im jeweiligen zu jählen ja muss jetzt mal in Warten ob da auch Schlüssel ich habe Schlüssel Vorsicht die Wernerin in der Richtung kann man nicht wie kann man nicht mehr einen Raum kann man den Autoschlüssel auch ablegen ich habe auch Autoschlüssel davon mal auch wenn ich in den Beifahrer vor war auch noch Arschwixer die 6 ja das war ein unnötiger wo die nur bis so ein Arsch gerade du bist das Erste ein kleines hihihi hörn jetzt mach an das Ding hier Exit I'm out of here I'm done Dampf ab Ey Sorry Chrissi aber ich habe dich ganz toll lieb Aber ich habe dich ganz toll lieb Nein 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 Aua Doch ich habe dich ganz toll lieb Au 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 Fah New Game Fah Ne der fährt ja der Ichfeuer Müsl Fah du Sau Der kann nicht schlafen Der kann nicht schlafen Hast du noch ein Messer Ja Da hast du Glück Ja Ja Nein Nein Du bleibst hier Oh oh Sorry Wollst du ihn nicht auf den Michel killen? Wie war das? Ja den habe ich ja schon zuerst geklickt Ich habe mich auch von der lieb Nö Die Stinkgewinke ergänzt du ruhig wegpacken Besser Schlag ihn Die ist auch so eine linke Barzille Ich hoffe mal wenn deine Perle Wenn du bei deiner Perle bist Hat dir den mal so richtig den Kopf versenst Nichts waschen versenst Ne das machst du nicht wahr Gut wenn sie nicht mach dann schneide ich dir ne Glatze Haha Warum kriegt die Ne ich glaube da gefällt er dann Was warum konnte ich denn das nicht Hä Keine Ahnung Nein als ob Ich wollte dich da gegen die Tür hauen Hab schon gedrückt gehabt Aber Ja Ne Warum kriegt die dann jemanden ab Wenn ich nicht Das ist besser ich halte nicht Hopp Bin ich echt so dämlich für diese Welt Haut auf Mann Das war Nö Nö Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch den zu trinken Ja dann habe ich ja noch Zeit Dann haben wir noch eine Zeit oder Team Ja Wie können wir uns jetzt Ja Ja Da schüttelt sich schon wieder einer jemand Ja Ja Sebi halt ne Ich weiß wen sein Stream gleich volles Pfund abbricht Ne Nix von wegen kleiner Kaksack Bist du ein großer Kaksack wa Lockenkirchen Ich hab doch erst die Rechnung bezahlt Weiß Ich hab grad keinen Fall für euch stand Ich hab gesagt ich hab erst die Rechnung bezahlt Das ist meine Wie das süße durchglitscht ey Und Was ist denn Surprise motherfucker Was ist denn Ganz knapp Ganz knapp Ey das ist da ist der Es auch gefehlt Ja das ist bei mir auch die ganze Zeit schon so Und dein Herz gehört mir es über mortal kombat hier ist ja nein das ist ein herzensprescher nein ich habe sein herz rausgerissen ja herzprescher nicht hatte man die jensein sein mutter sind wurde geknudelt ich habe vorhanden bis an 1000 1400 Ich hab noch 5500 bekommen. Du Tode geknudelt. 1242. Ich hab Borek gehandelt. Eigentlich müsstet ihr ja da stehen, Herz gebrochen. Ja, ein Heartbreaker. Oh scheiße, jetzt ist das Spiel gebackt. Was? Das bringt's auch toll. Ja, Lobby ist geschlossen. Wiss? Ja, weil eine Rollsauce da die Lobby erstellt hatte. Hey, was? Der eine da die Lobby erstellt hatte, ist raus, deswegen. Nein, ich bin rausgegangen. Achso. Wiss? Ja, ich wollte wirklich, ich bin rausgegangen. Warum? Weil er auf dem Balkon steht. Weil ich rausgegangen bin. Raucher sterben, die haben Lungenkrebs, die erfrieren auf dem Balkon. Ja, vor allen Dingen ich erfriere auch, ne? Ja, bei dir ist Plus Corona. Plus Corona. Nein, das darf ich nicht. Das ist das Böse. Ich kriegst du aber leichter als Raucher. Hoppla. Wie bitte? Kriegst du aber leichter als Raucher. Trotzdem darf ich. Da. Dann habt ihr Zeit nochmal so ein bisschen was bei euren Klassen. Anpassen. Äh, nochmal. A, nochmal. Stoffen und Popf Vorteile. Vorteile? anpassen und dann entweder auf Jugendleiter oder Jason er wird die Anzahl der gewonnenen EP so lange angelegt das ist auch gut müssen da ein gewisses Level das haben diese Punkte die du bekommst ist deine Währung im Endeffekt hast du dann einen Punkt du hast da eine Punktzahl stehen die AP ja die ist ausschlaggebend dazu Sachen kaufen kannst weil bei mir gibt es welche die haben ein rotes Schloss drin die musst du freikaufen dann wenn du beim Jason bist Kontrollierte Atmung deine Angst nimmt schneller ab während du versteckst nix gescheites gekriegt erledigt die hatten mal ein paar sind so stufenabhängig B aber auch noch ein paar nach der so ist ein Jahr alles also sich sie es kaufen kann nur noch mal mit dem die outfits kann man nur im store kaufen manche sachen sind zu lang fähig aus und waffen kann man ändern die sind an den jason gebunden ich habe den jason von teil 3 jetzt warte ich auf euch ich bin auch durch mit dem im ozladen die dinge rei gehalten und dann halt im linken beschweren so weit wukake löst dich fertig schmorte konnte ich habe gerade gefragt das ist nur der alter hat sie das video angeschaut du ich bin gerade nebenbei was anderes war verfolgen der ist locker bei mir am stream snap oder das kriege ich gerade sagen ich bin beim stream snipen aber mich statt dann da ne ah der guckt seit eigenem screen ich bin beim stream snipen ich snipe das selber komm wird das game x triggern x triggern aber hier auch drei zwei ja guck mal wir sind fast noch roten schwarze alter die frage ist jetzt wo gehen wir essen ja chrissy du hast oft öfters verloren du musst mehr bezahlen 3 ich hoffe du bist auch noch meine schwester also ja sehr schön sehr schön so laut dieser anzeige nach den roten pfeilen bis jetzt die nur killer sein nehmen wir ja besonders brauche ich bin aber ich bin das ist halt das wird manchmal angezeigt im dann ist dann ist der gruppenleiter bis der horst der horst der horst der horst der horst wo sind wir bei der jetzt sind wir quitt erst die andere verstanden mach ich doch um du bist mein letztes schnüllerchen du bist mein zahl der halbchen wir haben schon wieder drei roten schwarzen alten das heißt du musst aufpassen dass du nicht mich erkennst also hier ist das gelbe auto also unten rechts ist das gelbe auto also wenn er mich nicht killen will muss uns muss es nur tun jetzt ist wurscht erstmal gibt es auch sturmrechnung wurde nicht bezahlt zum glück habe ich meine bezahlt weil bei mir ist noch nicht da ha 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 schwarzer schwarzer komm her aus den spielern seine socke verletzen ich habe eine batterie aber gut dann nach zum linken auto dann ich habe eine karte ach so was auch keine karte sind die ewig keine er ist zufällig ein brauche schnitt du hast so ein infostanz da hast du grundsätzlich karten ja was meine sind random bei mir woher scharfen sie hallo michael das sind wir das sind wie das lass mich lass mich fick dich lass mich das ist mich das ist mich noch mal dann auch blau blau michael ganz oben rennen die gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht michael karte ganz oben ich habe eine batterie ich habe keine karte wie viel noch ich habe michael auch ich habe michael gesagt ich muss umordnen bis man teleportation frei ist hier bei mir am lagerfeuer am bändekreis das ist beim boden beim haus steigern hier im wendekreis beim lagerfeuer sind beide randoms wir hören dann haben wir doch ein volles team drei randoms alle drei schwarz beide davon sind bei mir irgendjemand kann da entgegen nur das ganze das ist die wir haben beide batterie die ab die Weide dritte Sätze ja wir haben beide batterie aber erst was bringt es jetzt die krise jetzt gehen wir zum blauen Auto da kam ich doch erst ja ich weiß doch wie gesagt davon kam ich ja gerade jetzt brauchen wir den guten stopp wie kann ich denn die batterie ablegen in vier ecken heute hast du noch gedrückt hat okay ja dann schweiß ich mal hier hin ich weiß mal die die zehn am blauen auto da sind was sie ja schon im haushimmel ja ja schon hat jemanden schlüssel aber in der schlüssel noch nicht ich dachte ich wäre schon den wiesen doch hier war ich noch gar nicht karte aber hier war schon also beim letzten spiel war schon mal hier man ja auch mal die tür zu ich habe schlüssel jawohl fehlt uns nur benzin treffen am auto die wir welchen doch beim blauen seid werden hier die tür eingeschlagen der bucher werden ja wohl da sind noch zwei leckst du mich wo los wo oben gelber haus oben gelber haus ich ziehe nichts mehr hier wenig wer ich habe schlüssel ich habe keinen nach dass wir dann ist ja fein gelassen worden ein bisschen gehalten jetzt warum liegt der schlüssel da oben in der mitte ja bei mir auch mit dem schlüssel angezeigt und ganz anderen seite des ich gehe holen oder soll ich ich gehe schon ich bin schon kommt zurück mich ich sie gar nichts hier ich lasse mich immer noch in boden schwarze zuerst genau da in die richtung ich bin das spiel ja warte lass die was ihn anfahren weil das auto an ist auch so x gedrückt halten da macht das auto an den kommt schnell zurück unterwegs müssten wir sagen wo ich lang muss drückt noch mal x zum aussteigen ja wir müssen wo aber warum kippen wiss mich brauchen schon spiel bei ausgehen hatte kommen hin zu mir euro heiming in der schule bearbeiter weil die zwei von drei wendem sind schon rausgegangen krisi bleibt drinnen michel lasst uns leben ich habe kommt noch hin die komplexe nee da soll bitte nur erscheinen kommen so woanders was ist denn das jetzt schön darauf hängt da irgendwo im morse fest oder was ist die aufschlampen auf und sie versorgt das alte lassen wir müssen gerade er nutzt angezogen also tut mir leid glauben die 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 rote der klar war ich bin und aus dem wasser das heißt dass ich mich auch zu fahren können was links ab links nicht recht ja ich weiß aber da war ich schon am rechts lenken bitte nur leider aus und danach kannst du rechts am Ende der Straße jetzt recht genau erst mal überlebt wolbo sieben obwohl mich schon so aufgeben können du überlebt nur du überlebt du überlebt nix überlebt du gestorben vb volbo 7 und noch die alte weg als ob du da jetzt hängst erstens fest könnten die lecker auf die schweiler nicht allein gelassen ich bin ja klar folgten 0 7 für gewissen sind und und schon wieder gehielt rennen und dann vor der Fenster extra gern dann springst du da durch Prozent den Karten der Titel der Gegner aus solch die Klaas Scherben stehen weil den Geld wieder mit einem Land Axel Prozent ja kacke du warst aber auch mal besser ja ja steht vor Zufelser äh wie auch immer läuft es geht wieder rein der hat es aber noch mehr als nur eine Spalte dann in der einstelle und wieder raus und schon wieder eine weitere Spalte und wieder rein Prozent nicht mehr zu bringen stellte der Falle hin die ist auf jeden Fall verletzt also die ganzen Gals Scherben die dort sind stellt vor der Tür auch eine Falle hier springt der raus und in der voller Tod oder da ist jemand abfetten auf deine Niederlage fetten die die Bomber erwischt ich habe die auch ein paar Mal gewichtet 1.896 1.916 unversehrt da war doch eine schöne Runde nur klar Kirsti muss sein 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 jetzt weiß der Mühe hahahaha das heißt die nächste Rechnung nach Kirsti geht auf Dich wie gesagt du kriegst nichts mehr noch die rechnung geht auf dich doch wie gesagt du wirst aber ausgeschlossen weiter trägern weiter trägern sie ist wieder nur schwarze sie wie kurze frage anwesend soll man den sommer diesen sind verteiler also dieses extra kunststoff drin ausmachen beim trinken oder kannst du drin lassen wenn ich wurscht aus wenn man es dann hier eisgequittert vom moment auch scheiße ja dann tust du dem hoch zu sein oder in der ruf der den sens bin ich das ist doch bei mir benzin bist du deine werkstatt beim boden ja ich bin beim auto und werkstatt ich gehe erst mal kacken ich habe eine schrottflinte denk dran das spiel heute schon raus wenn du so lange brauchst beim kacken wieso ich lauf doch hier durch scheiß haus kein kommentar ich war gerade auch auf dem scheiß haus ich war auf dem privatscheiß haus so ich rufe wir sehen jason das irgendwo ganz weit hinten an der koppelende ich bin hinten irgendwo am karten hinter der darin bei mir irgendwo rum wir sehen da rumrennen ein bisschen begastet sie vorne beim boden haus das ist nur gelbe auto ach so ja ich bin ja dritte das andere hinten beim werkzeug ist es glaube ich komme von mir benzin angepimpelt schön ich bin schon beim blauen auto ich habe batterie ich habe ich habe gar nicht ich kann einmal in den ausschießen gott sei dank man gibt es eine pump gang aber vorsicht am gerät nicht am gerät an der gerät wir hatten mal ein der gerät hier im ort ein was ein der gerät hatten wir mal was ist das äh kennst du es nicht ne das wird immer bei youtube der gerät ein der gerät ist vom chef im geschäft schnettet das dönerfleisch schweißfrei ich habe das dumme gefühl dass er gleich irgendwo bei mir wer ist da wer ist da oh random super der hier wieder auf dem rennen ist der hier wieder auf dem rennen ist ich müsste eigentlich mit Chrissy hiiii seh deinen namen ich komme halt das ferkel geh mal weg hier Gott zu Adam und Eva wer möchte ihm stehen pinkeln ich 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 okay Eva du kriegst den motivisten motivieren orgasmus das ist ein böser witz eigentlich super oh scheiße der jason ist bei mir so schlüssel lassen ist direkt direkt bei mir und wenn sie Benzin kommt angebild ich glaube das ist der disco jason weil ich von der straße her ja alles da die stimme bis entgegen kommen und gucken den haus ob der schlüssel drin ist wenn die maus war ich schon also von dann habe ich mich gefunden ich habe auch nur eine batterie gefunden und das unter mischel kommt ja und das habe ich dem haus habe ich batterie gefunden da hängst du noch am sebi ich bin schon am suchen ich bin unten im haus bei einem auto schlüssel ich habe hier jetzt ist die frage wo ist blue hinten und bei einem schauligen links 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 am namen wasch das ist auch noch ein random das ist doch eine waffe für mich ich habe wie gesagt ja ne diese nicht schläger nüppel habt ihr schlüssel ich habe schlüsse ok dann kann sich rüber zu kommen die krankschlange drei mussten chinesen mit dem kontrappass für chinesen mich als spiel getankt ich denke das bei dir die ist reparatur zehn punkte also ganz schön wie kann ich jetzt schlüssel abgeben wenn du auf dem schlüssel bis bis zum vor dem scheiß in den schlüssel um ab und wir sind fünf leute um er hätte ich nicht erfahren das heißt ich bin safe hat er wird die stadt haben nicht michel mich erst steig ein steig ein steig ein steig ein steig ein steig ein micha mach einfach wenn die Behinderung steckt ein schulnummer okay und schweißen weil ich und wo bist du falsche Wischel müsse in andere Richtung da ist ein Zaun da kann ich michel wieso jetzt rechts 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 und dann wieder rechts ne links aber kommt doch schon wo tschüssi rechts 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 ja ich weiß ich kann auf die Karte ruhig von Konzentration die nächste bitte rechts oder links rechts rechts ist kürzer rechts ist kürzer ja rechts ist kürzer wo rennen wir in der Felden ist denn da zu bekloppt oder was Mischel wieso weil er keinen bock hat zu leben die hessische links die Schatten geben können nur bei der ne da hinten ist auch Backfisch noch mal auf den Backfisch dienen ich hab Bock auf Backfisch gerade ne ich hab auch gar nicht ich renne auf den zu unterbordet sich von mir weg der ist am gelben Auto ey guck nach der 13 Minuten überlebt er packt sich gerade die war die Batterie am Einbau und die Liga an die vor allem was hat das alles das ist zu dringend um ohne die Kopf abgerissen mädchen ausbrechen das schon mal auf wollen das wird vorher auch nein das ist dumm der dritten ich habe das ich habe mir jetzt geht nur was nein das war meine E-Mail das sei doch richtig mit das ist ein weiteres Mal aus der Regierungswelt das auf war ein paar nur noch nie zwei hat er getötet der wohl wohl ist wieder zurück als auch noch in die Falle lauf in Ordnung wird sagen weil vor dem Haus so war auf die Falle gesetzt worden ja deswegen sollte er drei noch doch das hat er du bist jetzt nur noch alleine und du hast noch gut 12 Minuten um genau zu sein 11 Minuten 5 Sekunden ich bin jetzt schon wieder neben das Messer flog in die Kamera rein ich habe das kommt sehen bis nachher genug ich bin er er portet sich nie doch da hat er nicht vor Ort stürzen mann und Lommel der Wicht doch besitzen aber der versucht den bei der Kräuter auszuweichen aber nicht hier wird der Ort die Uhr hat er auch noch auf und davon eine dünne Angelegenheit hast noch als Minuten ich habe genau das sind zwei jetzt nicht heilig 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 und das nächste mitnehmen so geht es weiter spiel zu tun sein geringe reihe plumpst die bürger plumpst die bürger plumpst die bürger jetzt gerade so ein bisschen an dvd dumm die dumm die drei wir laufen ums auto herum du all 10 minuten noch die band die bürger kann er die reihe aber nicht das ist der worte geladen vor allem aus der leben an aber gut rücken aber lustig ich glaube dass du mit der karte ich habe damit eigentlich schon gehofft dass du mal eine falle hinlegt aber so der hat auch eine falle oder klar er hatte voll noch auch eine falle an der türe dahin gelegt was von nur begrenzt ausfallen aber passt welche weil jeder jason ich habe einen stufenanstieg 1650 bleiben oder neue sind und weitermachen vier von acht und ich klinge ich wieder besser jetzt klinge ich bisschen besser wieder gut da ist mich dass man das land fertig gewesen obwohl er verliert gleich ich habe gerade was anderes gemacht mich ja träger träger ich sehe nichts ich bin schon wieder im nächsten bildschirm jaja 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 ohne scheiß sie willkommen gucken schau meinen stream oh lecker ich bin den spieß durch die alte ich bin baden morgen wird noch mal der stream geguckt und dann wird ausgewertet ja die meister verloren ernsthaft nein habe ich nicht noch da steht erwarte auf spiele das heißt nicht dass ich natürliche beruht hinterlegt das zeigt nein der ist der hohe 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 ist noch dazu den kennenzulernen gesagt gezeigt nachdem jetzt hier gleich das spiel begonnen hat weil ich wird doch das motto kommt gleich von mich ja 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 time to die ist aber ganz schön hässlich so zerfleddert ja der ist aus dem puffkeller rausgekommen ich bin beim gelben auto ich sehe ja schon links also bild da bist du ganz durch fenster durch kommt ich gehe mal ein anderer haus da oben er ist auch gut ich habe auf jeden fall ein haus mit ganz vielen schubladen das ist immer gut aber nicht eine um das passende vernünftige so wie es aussieht ja nichts vernünftiges nach dem schubladen was jetzt ich schupe alle nicht auf ruf er hat alles bewaffnet mich mal aus dem schubladen die komische marie er zwei schlagen l2 ist packen hier drüben im nachbauhaus sie bist du das heißt nach haus ich bin irgendwie oben im haus oder nachbaraus kann ich immer nach blut er nämlich batterie gefunden ich habe batterie ich habe auch batterie bringt viel jetzt richtig ja so wenn du eine batterie hast dann baue ich die eine batterie jetzt ein da ruhig mit die punkte noch ich komme mit batterie mit batterie schläger nicht stören jetzt hier ach du bist das ja okay batterie ist auf jeden fall schon mal drin ab macht die schweck den stock ab macht die schweck die steuerung zurecht kommen im toilettenhaus und ist ein wendel ich habe renzin das heißt zu blumen oben links ausgleichen bin noch ein weg die weg bin ich mit dem spiel die anderen zuerst mich ja ich weiß ich weiß was kann ich hin muss da unten dass man ja das so ist ja das hier kannst du das auch nehmen wir jetzt warten auf dich kommt auch schon von mir kommt auch noch ein jähriger dazu kommenten wendel mit rum okay muss ich hoffen weil ich den gleichen jungen weil es ganz schön ist die länder tausend stück ja ja das kann man ja schön mit dem vorn müssen wir gleich lang ach da brauchst du gleich nur die straße entlang fahren nachher recht es ist der wind im hieber und da sie war in einem wonder world ich bin jetzt an einem gelben bist du die schwarze weg alter wirkliche verarschen jetzt bei der beidung wenn du siehst du hast das kind kurzen schwarzer oder nein wir sind beim auto sind ich habe gerade jemanden hier dann hoffen wir mal keiner von denen schlüssel hat der entscheidende jetzt auf die bin gleich da ist hier auch mit nachhaltigkeit miche du bist einfach immer zum blauen auto durchgeboten oben nicht das war drei gedrückt kacke ist bei den wänden stehen hier und der andere kommt auch noch ich bin zu weit weg karten ja alle dreck immer schön auf die schwarzen gehen zum glück habe ich eine blonde lehrer hübiger es zum du wohnst von der flerbe da hat er so spaß machen ist sie das heißt wenn man da rein nein nein weg auch aus 3 3 schnappt er die anderen genau die soweit wagen mit dem auto die sich jetzt gerade nicht da ein bisschen weiter weg vom auto jeder stellen an der seite stellen ja wer gut könnte einfach stehen bleiben nein möchte ich nicht jetzt hauen die dich wer vorab ich war das genau die ich bin bereit halten die haut mich das ist so trotz einer folgen und dann links genau ja ich habe keine punkte diese runde wahrscheinlich hat sich gar keine chance links 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 das ist so leutige scheiße manchmal aber mir überlebt ja ich voll die diese gemachte freudig eines im haus hat eine falle vor der haustüre gelegt really er muss auch passen auf jeden fall eine falle vor der haustüre das ist bei der pf andererseits ist ja eine andere überhaupt andere schwarz ist schön am rennen und wir haben nur die möglichkeit zu verletzt zu werden jene schwer verletzt die unter nur leicht aber das heißt die könne raus die müssen durch das fenster die andere sich die ausstöre links rund rechts runter gelaufen ich sehe es ja die andere jetzt hier der haustür die andere ist im haus bei den toiletten die halt jetzt der hat nur ein fan da versteckt im bett der kopf wieder raus ja da bist du auf jeden fall so richtig er hat nur das eine fenster hat das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja noch ein bisschen abfakt abfakt wir haben doch bestimmt muss mehr will also schnell wie die lange laufen können wenn gutem bürgst sicherheit er hätte dieser wunder wird gehen sagte er die viel gedrängt steckt haben wunderwomen und wunderwomen ist gekauft anna ein jetzt hat ihm die schruttelte er nicht mehr aber die andere hat ich bin mega was du achten halb minuten ja jetzt aber jetzt hatte noch platt oa die umarmung und jetzt kopf fetschen die andere die andere verkauft kommt die schon freiwillig entgegen war keine waffe oder ne da wird vorbei rennen so gesehen hat die doch die holst da er hat jetzt der schläger ja und über knie hat er machte rest du überlebt mami ist nicht zufrieden ich habe zu wenig getötet ich habe null punkte er ist da oben da wo sind saufend abhundert 890 2.000 die schrägten die hälfte ausgebildung korrekt ich bin gleich 39 ich bin gerade level ab die mir hätte das jetzt die punkte jetzt aufgeführt ist wenn wir ab nö denn der muss mehr unbedingt und vor der karriere um die tausend ich habe keinen Bock mehr auf die die laufen mir nur auf das auto Luke Storm einer von dem der 8 der russien ist rausgegangen ich habe doch gesagt ich habe kein wort mehr auf die diesem bevorstehen laufen wir los ja warum hast du uns die mit genommen hat auch ja kann man ja da dauert immer ein bisschen dauert immer ein bisschen bisher ganz ruhig hier nicht ausrast also ich habe die geschlagen möchte ich mich in ruhe lassen aber deine halb nackte bitch bist es ist jetzt musst du mich verteidigen du bist meine schwester hier ich glaube ich ich glaube ich muss mir irgendwas sagen ich habe voll bock auf das kräuter schießt wenn du schießt in der hohe da ist nicht die letzte wirklich der Kreidegarten ich habe voll bock auf das auch schon gerade mal als 20 ich bin 22 also ich bin weiter als 38 und so ist es es ist ein bisschen auch er folgt mich 22 Uhr ich bin auch schon weiter als so komisch warum warst du weit als ich meine ja und wo er sucht die 54 ja das ist ja auch sucht die scheiße es gibt nur eine ein suchtfaktor hier den triggern ja ich war ganz karte am gucken der michel michel guck mal der da unten guck mal auch mit hey michael du wurscht ja oh neiii ja ich kriegte du hast eh verloren du musst eh bezahlen ich muss ihn ausgeben das ist cool ne christi muss erst ausgeben die hat am meisten michel hat doch gefurscht der hat nicht mitgemacht ja ich habe ja ich habe das erste mal ne ich bin ja der master passer hat mich gesehen haben das spiel hat gar nicht mehr reagiert so sieht es aus voll der cheater oh scheiße das Sackgesicht ist dran ja nun Chrissy ist dran ach du scheiße ich will nicht Chrissy ich hab dich ganz doll eröffnet du kannst dich doch supergut leiden oder äh nö leidend sehen leidend sehen genau Chrissy wir sind doch Schwestern ne also du bringst mich bitte nicht um oh ja ja Mama ich geh ja schon ich finde sie wie kann ich denn mal hin ich wollte einfach mal hier hin falsch gefordert oder was wo noch verportet Chrissy ganz mies da ist auf jeden Fall jemand am Rennen ja ich ich bin auch am Rennen ich auch ich auch nur um dich zu verwirren ja aber ich denke mal sie ist er bei mir weil sie muss ich gar nicht haben laut das Christ ja hallo ja hallo ich bin der Tommy ja ja ich bin ich gern Tommy rufen ja okay er kommt und sieben wird Prozent der Externe Salami bei Chrissy Aua Aua ich hab also Autoschlüssel Lass mich in Ruhe was du da ja geh weg dafür schlag ich die Arbeit für die Tür ein nicht die Teure Tio so 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 komm her komm her nein ich will erstmal die Radies kau ab da trau ich dich auch komm doch komm her ich hab ich gleich da hauen wir mal kräftig hin auf die Mütze hat er verdient der will es ganz hart und dreckig der macht einen auf Frühstück der Michael will das wirklich hier gleich ja hau ihm eine wenn der mal so richtig einen Schlag ins Gesicht so der steht dann drauf das ist keine Tür nein bin ich ne bin ich äh bin ich äh bin ich äh ähm Chrissy ja hier die hier drüben bei mir die Hütte ach das Musikvertreter hat läuft bei dir hielt die Hütte wo du grad hochgelaufen bist ja ein bisschen Männer nachher ja die Hütte du stehst da da ist einer drin in der Hütte da sind zwei drin oh wer ist denn das ich 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 schwester 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 böse ganz ganz ruhig ich hab ganz phui gesagt ja ganz doll phui ich seh gar nichts mehr hier hallo Licht ich mach das Licht funktioniert nun richtig hier man sieht ja nichts mehr ich hab Batterie und Schlüssel ja wo sei ich ich hab O-Batterie hi Chrissy hättest du mit Benzin haben können tschüss Chrissy ich hab grad aber ein anderes Punkt oh wer bist du denn hier schnucki bleib hier oh das spritt ja nur aus dem Fenster ey die Brillenschlange so schau mal in der Map das mal geholt komm her renner nicht weg man was ist mich nein die Brillenschlange da schönen dank obo aber echt mal oh ist da jemand in die Falle getreten da konnte man nicht irgendwie mit die Türe watieren gehen hatte man sich grad gemutet ja 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 doch ja rausgegangen denk dran dann bin ich ne schwestern tötet man zuletzt ich sehe wie doch anwesend kotzinfriert am zockern du bist das raus weil wie das raus so klingt hier der kotze ist sie böse nein nein böse böse ach du bist da ganz böse ja ja ok ich will ja eh nicht zum verbrechen ernsthaft bitte nk nox die wollten mich gerade ganz wert umbringen wo ist blue bei mir unten am strahlen unten am dann unten rechts oder wenn ich jetzt hier nicht gekillt werden weil ich ja musik ok ich bin doch nicht tot ich bin doch der jetzt hier angekommelt kommt da bin ich ok 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 wir haben hier ich mache es mal das radio aus hat wer hat mich kommis am blauen auto also oben links hat dresdolischen drin ja ja hat keine von benzin bin ich schon auf dem weg also wo bist du am blauen auto das ist da das ist das linke das tommi erstmal eben so kann ich mich morgen hallo rater 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 und weiter ja aber der cool dann ist bei mir ja schon wieder fertig ich habe es nicht nur noch in den dann nicht ach jetzt aber das vor sogar hat du dort ist nur so schmurpen aber er hätte da alles lass mal gucken ja hallo wo bist du es mich ja nein nein das ist mich ja das ist mich ja ich bin später reinfassen hallo 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 hier vergiss es so weit angekeisen rein 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 hallo h elephant verkaufe gris sie sind runter green ich brauche Navigation er verfolgen natürlich der straße folgen oder recht recht die nächste längst ich fahre gleich noch um die siehe am auto autoren aber verständlich sie ist die dreckung vom auto ist beide ja ich komme i'm coming sieht schon alles gut und von mir hat das wieder er hat gar nicht geschossen mich hat geschossen hat nein hinter dir hinter dir hinter dir du fahrzehn wir haben die blühen schnappst du dich machst du platz weg vom auto weg oa oa ich habe mich lange mal man verpiss dich vom auto die kleine fröze ich kann mich mal nach hinten gucken das war gut oder bewerben und ich kann nicht tun du musst hat andere jetzt so mit dem Auto der Runde mal links rechts links rechts Prozent Atmar der Rente-Mail ist erreicht das immer auch noch hinterher ist zum Ende anderer und dann links ab Richtig ja ja jetzt sehe ich so er hätte die Hauptstraße Richtung Hauptstraße ja was ist Röhrer ich weiß nicht was zu liegen Prozent und immer so worden was mit dem Auto passiert ja guck, wo ist das Auto? Guck mal, guck mal, ich komm gar nicht weg ey was ist das? Halt, stopp Boah, das habe ich mich verportet, ey du bist so entschuldig, ey du hast es gemacht, du hast nicht geportet das ist das Problem Nein 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 du räcker auch nicht A.D. wurde weg äh, äh, Chrissy hat einen Wutmodus aktiv Chrissy, oben rechts das einzelne Haus er sagt, die äh, zwei Häuser und er ist dann am rechten haus genau das haus umrecht unter dem feiern und dann war ja rechts und da war jetzt unten oder oben also irgendwann hat das spiel gerade verlassen ja da in knox die schnauze voll und ich habe immer den Pullover von Jasons Muramrechser ist doch gar keine Abwehr mit Autos da guck mal bin ich nicht stylisch du sollst du gut aus wie es soll liegt oder ja A wenn er leuchtet warum geht man nicht mal so aus meins geht auch die ganze Seite aus und scheint dazu meine alte Macht von grad voll die Tommel kommt im Endeffekt da uns jetzt kann ich wieder warum ist das Auto so die warum sind Wurak und ich so Michel kommst du auch nicht raus ne ich hab irgendwie fest Wurak macht Licht an und spiele Leuchtturm war doch gerade ah ich komm nicht gut so ich kann nicht mehr abschlafen ich hab die Maske abgemacht ja du bist hässlich hä hallo hey lass los lässt du los ich hab die Klammer mit deinem Auto an B ja du bist tot Wurak wir sind falsch stylisch Mann Au musst du meinen Kieler brechen ja uu 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 der nächste Chris ich habe dir nichts getan doch du hast ja einen gehauen Weeuuu. 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 Leicht oben. Gucman, guman rein. Nein, komm, du na Bolon! Hey, komm. Kommst du überhaupt da nicht dran? Nee, morgen nicht. Kann ich denen nicht ran? Au, aua. Nee, warte, komm mal rein. Hehehehehehe. Ich weiß nicht. Foto Kumpel Ruhm Lass mich in Ruhe Chrissie Mann Chrissie bist gemein Aua! Ich schlau weg! Aua! 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 Karin Aua! 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 Ich neunerda sie haben ja noch nicht Prozent Prozent die sich auf und Messer ja auch in der Hütte eine Hütte stimmt nein doch Prozent 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 Novo Messer 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 hallo Messer wir haben müssen zwischen der Nähe da hat er ja da sind Prozent 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 momentan bist du die im bahn anzug nicht als erstes sie bitte zuerst den wieso hat er jetzt nicht geworfen muss gedrückt halten und dann weil wir aber packt so das sind da geht das nicht gucken wir nicht so an kreis drücken aber irgendwie super nix einst dann loslassen ja wenn ich einst mehr los das ist ja nix wir haben uns sagen wir haben wir wollen in der luft ja das heißt du kannst auch noch mehr Prozent 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 so wie letztens nur im Auto drinnen da muss ich ja auch nicht rausgekriegt hat Prozent 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 ich habe mal wieder Glück und sind safe ihr cheatet doch und hätte die mal die Fresse gehalten dann wäre ich auch noch safe gewesen aber nein der muss ja seinen eigenen Onkel im Rücken fallen der Spaß aber ich ganz sehr lieb fick dich alter nee ich kann nur nicht eine Schmierung der Griechen auch geredet ich mach das anders Internetabstände zu nö sehr langweilig jetzt rennt ich weg geh mir noch ein paar Messer suchen hier hängt doch meistens auch mal so ein paar Messer dran Nö 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 Achso, die Fallen. Wie lange müssen wir eigentlich hier noch fahren? 4 Minuten 30. Oh, das dauert so lange. Ja, weil liegt wie Burak, der hängt wie so eine Mumie. Ah, die Fallen liegt dir dann auch zur Karte-Marketer. Jetzt probiert es gleich wieder. Ich habe keine Messer, sind hier irgendwie keine mehr. Da muss man überall auf der Karte rumrennen, bei den ganzen Häuser, an den Kanten der Häuser. Keine Lust. Oder an den Laternen fallen. Wie bist du in Gefahr, die hier wieder ein Auto hängt, ey? Ja, da kann ich gar nichts für, wenn der Chef Tommy da so vorrennt. Ich habe keinen Bock, wieder negativ zu gehen. Das Problem war einfach nur, du hast dich geportet und uns hat es direkt weggesegelt. Echt? Ja, uns hat mitgeportet. Du bist schon hessisch. Das ist so ein Gesichtskulast, der Jason. Die Jason sagt wieder auf den Kopf. Könnt du meine Gesichtskulast an? Schieb das was, zieh den Sackmotor drauf. Sag ich doch. Das wird zunächst. Nichts. Ich glaub, mein Jason müsste mal zum Zahnarzt sein. Zahnarzt. 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 Ich hab die Hände oben. Komm gucken. So, komm so, kommt sie schon. So habe ich die ganze Zeit die Kamerabe an. Eine Minute 56. Sobald du dich drehe, zeigst du mir den Arsch. Ich hab zu oben. Nein. Nein, dass du meinst. Krissi uns Zahnarzt. Krissi uns zwei, kriegst du dich? Wir sind die Unsterblichen. Ja. da ich bin ich hätte er in einer Luft so und jetzt kommt ein feiner sie ist nicht so eine die und wo er dieses gesicht Gulasch gerade eben ich bin vor Ort ist es nur jetzt Gubbaudi wird die Ruhm knusprungen krisi ja scheiß charakter aber ja du weißt das jetzt zweideutig zu sehen ist mann 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 wir auch hier wollen der Toti Auto dann geht das Ding hoch die sind so und die Karte und das Wert macht ab die Brüder wenn man umgelegt weil ich jetzt ruckelt die ganze Zeit bei mir also wenn du das Auto nach von drei Sekunden in Sport weiter 30 hoch und wenn ihr auch angezeigt bei mir und so zunächst geht auch die Tufu keine Doofus wenn ich euch noch nimmst mit dem Messer abwerfen konnte auch auf mehr da ist so sichtbare Wand ja auch bei mir wird der Engel sammelt und kümmerlich aber von oben versuchen können anruft da hochkomm ich gar nicht wahr außerhalb der Netze wie die ganze Zeit lang du getötet sind von acht überlebt gutes deutsches Übersetzung meine Mami sich klar auch auf mich doch die guck mal wie die lacht die ist voll happy auf dich ich hätte aber nicht gesagt I'm proud of you ooooo aber 2.200 Punkt dann 1.900 1.690 1.500 1.500 1.700 1.500 Zaun die im Chef haben die in den Re� perché decir wir sind nur noch allein hier 活 mir ist so gut war der jeweilige Solothel Lopi Loppen alle schnell bereit Prozent nein ich nicht Röhrer erhältlich kann man Röhrleiterin und 13 auch die Ziele und ich bin ich bin in der Umgebung der Kamin nach oben der Münster war und bei den Namen Lagerfeuer holen ein Sieg wird die Wollungsdichte eines Sieg wird die waschen bei der Oral-Maschule Leipzig Neustadt war eine gewählten b soll fast rosen wir sind anscheinend allein sehr sehr und ich hatte voll mit zu warten auf spieler die meisten gehen jetzt bestimmt noch party machen auf was ist party machen was bei corona ja vor allem das ist gut ne corona party oh da kommt einer rein kaput forever der steht auf cappuccino ja und ist dann in einem und ist dann in einem kaffee guck dir nebenan ich hätte gerne Latte so richtig gierig ich hätte gerne Latte und 999 Latte hat den Typen ja der hat so ein Hippie ein Hippie seiner sieht mit der Welt aus wie so ne Stunde bett die 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 ganze Zeit gesagt nur die 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 weil er erlangen an der da noch ein erlangen an 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 er ist der erste heilig heilig in den dritten in den dritten und die rutsch wo ist kaputt ich bin ich habe bewusst kaputt dass wenn ich will ein kaputt auch so alt weil die beiden hat er gerade vor dem Jahr bei mir auch alle werden wir gerade noch eins ein Karte das hat gemacht hat sagt mal guten Tag als er sich in der Kuchenschwarze soll die Scheiße die Sperr warum bin ich in die Schwarze ich hab auch gar nicht mein Jason ich hab auch mal den Skin aber ich habe sie nicht mehr schwarze das ist halt jetzt kann ich nicht ja und ich hab mich die E-Mutante ich hab ohne meine Donder ich hab irgendwo noch bekommen und ich hab auch nicht mehr ein Kerl da und ich habe Puffkeller Typ ich hab meine alte mit der E-Mutante Benzin weggefunden ach du Scheiße ich hab's Gönnchen Park ne ja auch nicht da kann man das sehen hat aber ich hab ne Karte das schon mal gut 2 also du bist das gut aber wir haben Auto und Boot komm herrte nur dann gehe ich mal zum Auto auch ne hier kann man aber gucken gemein dachte nein da ist das nicht noch ne machen ne das andere Richtung andere Richtung andere Richtung andere Richtung ich will mal Punkte machen du Arsch ja machst du doch in dem du entkommst ja du sollst aber mal hier reintreten ja ich weiß was hast du danke warte ist noch jemand in der Nähe ist das einer von euch ich seh nicht das dürfte die Sebi sein oder also ich bin mir hier ganz alleine rum ich bin auch ganz alleine ich bin auch wenn ich bin unser Friedhof die Ecke ich bin beim blauen Auto ich hab kein Verbrauch im blauen Auto ich bin auf dem Weg ich komme jetzt äh komm schon oh Lichtverhältnisse ist so grausam hier in diesem Spiel ne Wollt okay ich glaub noch äh hat jemand da noch so ein Schlüssel bis jetzt noch nicht besser geh weg von dem scheiße bei neben geworfen wir denken jetzt wahrscheinlich ich nehm dich hier nimm ihn nimm ihn hart ne ich will mich ja nicht haben ne ich weiß was für das ist mir nicht wurscht das war ja mitte muss kaput hin das kaput oder mit dem Haus ja das kaput oh ich bin gleich am Auto ich seh Benzin ja kaput auch Benzin oh ich tanke ach Gott ja noch kleiner Heckeskietchef und nicht sein können er hat sich doch noch heute weiter weiter mein Gott hat jemand schlüssel auch mehr hat man ja krank ist jetzt noch nicht ich habe abgelenkt wie ich will ich ja kommt du kriegst die Tür das ist überhaupt nicht wie so ne ja ich hab die Tür klemmt bekommen um das ist so um den Körner nein das ist mir mitkommen ja weil ich ich mach dir ich mach's die schön warm ja das wollte ich mich gerade auch sagen was wir wollen der fuck da muss ich schon auf den zu drücken ich hänge hier an den Stein stillen fest alter die wollen wir weg du Mami geh weg du stinkst nach Magi das bist du das ist ja auch noch Benzin gibt es ja die andere Spalze ne da bin ich ich hab's schon wieder Benzin gefunden aber ja nochmal Benzin ja weil ich äh Kapo da gerade gekrönt hab aber ich hab drin er hat auch Benzin Ernsthaft du bist ja immer noch drin? das ist nicht denn da alles äh da hast du aber Glück gehabt hier äh lässt du mich wohl äh aber 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 auch hälfte äh ein alter wieder kurz vor dem Feuer der Haui ich hab ja gar keine Wachung in der Hälfte die Pläne aber ich will weg ah ich gehe hatte immer noch keinen Schlüssel den Weg zu stinkst nach Magie am Stuhl und neben ein wenig schwer mag hier ist das jetzt die ganze zeit sagen so stinkt noch mag hier ja keine ahnung man waffen hier war ja scheiß sich nerven keks bist nerven keks wisse das also bei manchen mehr zeit gefühlt ist total die leute zurück das ist oder unten zum karten der wichtigste schützt die in das kriegst du noch definitiv zurück das kriegst du noch zurück ja die maur du heute noch zurück ich will nicht zurück was willst du nicht sterben ah da bist du weinendlichen weitaus weiter auch nö ich habe die wird sogar das geputzt mann die tür hat neu gelackiert sassen und jetzt ist natürlich dort noch es ist auch keine versicherung sie daher die jason ist halt scheiße wird verlangt haben aber sie sollen da noch und schlüssel und schütteln wird er bei allen dingen sie sich voll aus wie um die dapfe von die drüge zwischen vor spüren wie soll ich doch noch gut nur um einen hohe wo er auch waren Neldu hat er kein Wort auch scheiße Prozent mehr von der Bibel tut und und nicht in den Worten lang leider der Gegner der Messer Danke Kredi Röntgen Prozent Prozent der Klinik an der Pfad er hat die Umgebung waren mit der Welt noch ich weiß doch nur was wo ich nicht muss oh nein hierhin nein 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 ich will nicht sterben ich bin ja noch aufgeschickt so und jetzt aufpassen wie ich dich gleich wegschubse und weg mit dir man kriegt dich nicht so weit so abwertend ja total ey so auf der 2 8 kommt weg mit der ach so ganz rabiert ausziehen und dann doch ne die schwarz mag ich nicht oh sebi hat auch nicht seinen charakter ja keiner hat seinen charakter bis auf mich halt hihihihi komisch aber keine ahnung warum herzluft aber du hast doch da in deinem Leben ist doch wieder na aber ich bin ich habe den von einem Teil 3 das ist der komische Brotkeller Typ ach so nicht da ist die Götter die Lübe er ist der Ort dass er die Zeit ist und staubend in den Gönnigkeitsdiensten aber machen die kürze zu machen weil das hier ist die wasserleiche ich habe normalerweise den fähig der ist etwas schneller ob sie 2.520 1388 1266 absteuert sich selbstmord gemacht ich habe eine schlangenabzeichen gekriegt ich habe eine schlange weißt du ausgeweitet eine linke schlange immer dieses demo ja komm machen mit schlug aus unserer spiel wie du tust oder alles spiel michael weiß was ist wahrscheinlich was ich spiel rosa rosa runter oder ich habe ich verstehe hat kein muss wenn sie wieder auf einmal röse hoch röse runter nein man sagt dass du mich ach chris sie hast du schon an dem handy game von dvd dabei wieder schon länger nicht mehr gespielt dann weiß ich doch jetzt irgendwie laut michel offiziell gibt ja ist auch für dieses jahr angesetzt worden das ist ja auch möchte herauskommen ja mal korona krise da kann man ja auch mal von daheim aus handeln kaputt schläft kaputt eingepennt das müssen wir wirklich mal aus spaßens halber einen charakter stellen hier korona haben wir uns noch heute schon corona für alle und kohle ich sehe nur verschwommen schweiz padme durchgepumst eines durchgewichsten planeten Boa ist mein 244 bei dir gerade bei mir wo es kommt so bei Basti 56 bei mir oh Basti oh Basti du hast mich lieb ne Debi redet nicht mehr mit mir Prozent Debi du darfst mich doch ganz doll lieb oder Prozent Prozent Probeutung für Flüchtlinge 3 Prozent Prozent ja Kürbenswerke ja 2 Das ist voll egal, ab dem Bett. Michael, bis hier bei mir. Ab jetzt. Ab jetzt. Michael? Ja? Bis hier bei mir. Ja, du nehm' ja grad Handy-Game mit Nahrung. Ja, ne, aber denk' halt, wenn du dich nicht bewegt hast, ist das Spiel ja normalisch halt. Ich bewege mich ja immer wieder ein bissl. Keine Sorge, Michael. Nee, ich mein's bloß. Ja, Papa. Tsch, 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 tsch. Aber dann hat man ein gewisses Zeitfenster dafür. Ah, jetzt ist mir gar nix, ey. Ach, jetzt ist ich schon gerade. Oh, tsch, tsch. Wer guckt denn grad eigentlich alles noch bei mir zu? Also ich hab's noch laufen. Also bist du streben beim Schneiden? Ich hab gar nix. Boah. Ich schau' dich nicht zu, weil ich mich nicht spoilern will. Ja. Aber ich konzentriere mich ja eher auf das Spiel hier gerade auch. Hier steht Ketchup. Was ist in mir? Das ist es in mir? Ja, es ist in mir? Ja. Ich bin echt in mir. Ich bin immer noch auf und auf und auf. Aber ich bin immer noch auf der Fall zu gehen. Ich bin immer noch auf. also ich habe nicht gewirkt mit mir abholziert das spiel vom voraus geflogen wegen dem aktivität er hat auch kein bereichworten 8 auch wie wie auf das Haus sie liebt weil du knobloch keks wieso so kannst du immer nur ein handy gammerei bin euch längst fertig da gewesen für zu sorgen müssen habe ich doch wo ich bin am fliegt da man eigentlich auch ein peter brauchen wir eigentlich nicht ja 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 Lass mir doch mal eine Krankheit mädchen Nein Burak, was lässt du eigentlich die Tür auf? Na, ich habe gedacht, er öffnet die Tür, habe ich nicht gewusst Na, dass dein Arsch offen ist, das wissen wir alle, aber das muss er nicht zu öffentlich machen Jetzt fängt der Wetter an von sich auf Wanko zu schießen Ich kann die Tür gar nicht zu machen Burak, komm mal hier runter 2 Nur weil du schlechte Laune hast, heute musst du nicht an anderen Autos Ich hab doch keine schlechte Laune Es ist nur, wenn du von hier ausgehst, dass du wieder von anderen da drauf schießen musst Wenn du bei dir da auch aufgehst, dann müssen wir das andere raus nachden Jetzt mach die natürlich die Tür zu, Alter Gerade bin ich die ganze Zeit weggebrochen Mit dir würde es so aufhören Ich weiß nicht, dass du nicht so würdeln Ich weiß nicht, du hast die Tür jüngst Wie kannst du einen Zober rumspielen? Na, das ist so genau wie man sich nicht nur ansteigt Und so in seinem Zober herumarbeitet Ist das zur Ruhe? Acht. Gibi? Kost, meine Sorge Hast du denn die Zoberr? Gummifürmer? Na, noch mal kurz, nee Hast du das für Gummi? wir machen und dann auch so gummiwürmer also ich habe nur auf jeden fall das heißt ich noch mal einfach beim nächsten bestellen wahrscheinlich zehn prozent rabatt geschenkt bekommen sie die krisse öfters also das ist ja schon ganz praktisch weg und sowas noch wenn du schon zu teuer ist alles aber ich werde versuchen alles besser zu machen er ist jeden Tag zu dringend bei BW letzten Schuhen holt mit wenn man Taschenmesser noch gehabt ich will aufgaben wollen die hat mich nicht lieben die mitte schilder gehst auf den strich jetzt ist ein schmatsch ja einer wieder strich gerade strich gerade strich gerade man geht auf den hörte um lappen rumzulaufen ein bild ist noch am leben ich kann doch der rennen hat Benzin und ausgenockt ich komme schon angerannt naja Auto ist betankt mit was ja nicht schweigt wohl mit Sprit Miro Mann sowieso kurze frage machen nicht alle oh Randall hat Batterie was haltet ihr eigentlich was denkt ihr wird hier gamescom abgesagt abwarten also wir haben noch nicht mal einen ansatzweise für eine Corona-Richt bei uns wie bei der anderen Länder da kommt jetzt erst noch nicht zu uns ja aber Michel bedenke ich ab, ab, ab nächste Woche in Sachsen die Schulen geschlossen teilweise ja wir haben schon auch Tote in Deutschland hier sind die Schulen auch geschlossen ich weiß keine Zustände, dass der Michel gerade gesagt hat wir haben schon auch Tote in Deutschland wegen Corona ja aber die waren auch brauche belastet ja ich will schon das sind da hauptsächlich die alten und schwachen die es da hinrauft also im Auto ist auf jeden Fall Batterie und schon Sprit drinnen ja und ich habe Schlüssel aber ich habe keine Karte ich kann keine Karte sehen jetzt du gehst direkt durch eine Busch ein feuchten ein 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 das ist ja gut am Rennen wenn wir uns auf jeden Fall im Haus drinnen jetzt ist er nicht mehr am Rennen aber jetzt wieder ein bisschen ja hast du schon hier das neueste das neueste äh die neueste Serie was auf Netflix angekommen ist schon angeguckt? du ich habe so viele Serien drin ich weiß gar nicht mehr welche welche ist in die Richtung wo ich gerade laufe ist der Random also hier die Hauptstraße lange folgen und dann kommst du zum Random zumindest was das angeht was ich sehe hier halt weil wie gesagt er ist nicht noch wieder am Rennen jetzt ist ein Haus wieder rein beziehungsweise ist immer so gefragt magst du hier äh 3D Animes allgemein ist cool hm ja ja da bist du richtig ich habe es gar keinmal verstanden was du gesagt hast allgemein ist Anime cool äh Beastar müsste mal angucken das ist eigentlich ein Anime mit Furries aber schön gemacht ja und ihn verpisst dich mit dem Auto ja ja und er hat rückwärts random kommt sehe ich auf der Straße ich fahre da jetzt nicht drüber du musst noch vorne wie lange hast du aber in die falsche Richtung du bist geradeaus ja mach ich doch geradeaus rückwärts lande ab Straße hat immer zwei Ausgänge mindestens du hast auch zwei Ein- und Ausgänge ja du ist das schon raus oder nicht ne 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 minuten haste wenn der einzigste der auf unsere gruppe auf gott alter gelbe skelett und sie wird mich als erstes gekriegt also für mich sagt grün er keine ahnung gelb irgendwie sowas in der art ich bin gleich durch fenster ja das ist geladen klamotten er ist grün bei mir ist das grün und das ist bei mir auch grün bei mir ist es aber hier es gelitten komplett die lebt doch immer noch mittelwasser die kacken oder was ich sehe nach haus rein wo die fetter zerstört hast du das noch ich hab' geguckt ich hab' geguckt aber ich hab' es noch ok da muss auch sein abgelehnt zu spät und geht seinen wüsten besser also also vom gefühl her gesehen ja 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 naja es war vielleicht auch nicht ganz so gut nicht gewesen wie dir die gekommen wäre da hättest du sicherlich steckern gesteckt hat er schon was neues ausgemacht nö nö achso muss ich erst mal was und dann hm ließ ins wasser ich will aber ich schnell hm als die in amerika haben echten socken schuss die sowieso das war dem ist ja auch schon die vielleicht sogar fleisch trinken sind komplett leer gekauft die kraft die schriftlich schlosser fenster das ist doch bei uns nicht viel besser und ich glaube ich bin alleine wegen mehr und nudeln dass die nudeln vergessen die sind für die ganze zeit leer nö bei mir ne gehen wir ins kaufland ich geh' nicht ich bin nicht so großartig ins kaufland hm ich hab mir ein nudeln äh bei thomas phillips geholt wo die 44 cent kostet und die kostet hatten hm raus welche also die ist noch ein Haus ich frage ja noch mal schon ne nö ich hab ich hab irgendwie machen die türe raus der west rinderfilet also ob es fast punkt genau gelandet ist sie wie noch sechseinhalb minuten hasse wir haben eine ausdauer mehr mehr die das schon als schnelle laufen bei deinem ist der wahl mein gott und der stopper natürlich nicht derzeit hatte r 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 Prozent die Wiener anwesend ich hab dir immer Prozent das hier was ich was ich angeguckt habe mal um die zweite Staffel kommt sogar dieses Jahr sogar noch aus nur ich glaube ich glaube abguckt also Mainstream ist jetzt auf jeden Fall rum da kann man mich so noch zaubern ach hast du schon gerade aus ich bin gerade dabei